Herzlich willkommen, wir freuen uns, Sie hier zu haben. Herzlich willkommen natürlich an Sie. Ohne Sie wäre das keine fantastische Veranstaltung. Und der Zuspruch, den wir heute haben, der begeistert mich natürlich total. Und ich freue mich, Sie alle hier in unserer guten Stube, Lichthof, nach vielen, vielen, vielen Monaten wieder begrüßen zu dürfen. Also das ist wirklich ein Highlight. Und dafür ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir sind natürlich dankbar, dass auch unser literarischer Salon dieses Thema aufgegriffen hat. Und unsere direkte Ansage, wir wollen das hier in Präsenz durchführen, auch direkt umgesetzt hat. Also von daher ganz lieben Dank an unseren literarischen Salon und viele, viele helfende Hände im Hintergrund, die Sie so gar nicht sehen, die aber erforderlich sind, so eine Veranstaltung hier durchzuführen. Also vielen Dank für Ihr Kommen. Und vielleicht ein paar wenige Worte, bevor es dann ernst wird. Nein, für Sie unterhaltsam wird. Sie wissen alle, wir hatten eine Online-Veranstaltung der Confucius-Institute in Essen-Duisburg und Hannover geplant, unter Corona-Bedingungen. Und dann gab es Unstimmigkeiten, ich will das mal so formulieren, zwischen den chinesischen und deutschen Partnern. Und die haben uns als Präsidium sofort veranlasst zu sagen, wir führen diese Veranstaltung durch, und zwar in Präsenz, wenn Herr Aus und Herr Geiges sagen, wir machen das. Und Sie haben sofort gesagt, wir machen das. Und das war großartig. Wir haben es dann versucht, am 10. Dezember durchzuführen, aber da gingen die Zahlen ab durch die Decke. Und sehen Sie es mir bitte nach, da mussten wir dann einfach die Reißleine ziehen und haben das dann vertagt. Und heute endlich sind wir soweit, dass wir die Veranstaltung durchzuführen können. Und ich kann Ihnen sagen, diese Veranstaltung war in drei Tagen quasi ausverkauft. Sie haben ja nichts bezahlt, Sie konnten ja so rein. Aber auch die andere Veranstaltung war auch binnen drei Tagen ausverkauft. Und das ist eine gigantische Resonanz, die sich heute auch hier zeigt. Wir hatten so ein bisschen Angst, weil natürlich das Wetter gut ist und die Bevölkerung mittlerweile natürlich auch mal das draußen genießt. Aber ich wusste natürlich, bei dem Thema, bei den Referenten und bei der Moderatorin ist der Andrang groß. Und es pendeln immer noch Besucher ein, die gerne mithören wollen. Es hat sich aber seitdem sehr viel getan, wie Sie alle wissen. Und deswegen hat dieses Thema heute eine neue Dynamik bekommen in gewisser Weise. Sie wissen alle, neben Corona, was uns natürlich immer begleitet, hat dieser unleidige Angriff Russlands auf der Ukraine stattgefunden. Ein fundamentaler Bruch des Völkerrechts, der durchs Nichts zu rechtfertigen ist. Und wir sind natürlich besorgt um unsere Partnerinnen und Partner, aber auch den Menschen vor Ort in der Ukraine, die das jetzt aushalten müssen. Und ich danke allen und ich weiß, dass bei Ihnen das auch richtig ankommt, die sich engagieren, die Hilfe der Ukraine, den ukrainischen Bürgern auch zuteil werden zu lassen. Ich weiß, dass viele von Ihnen angepackt haben, gespendet haben, auch ukrainische Familien aufgenommen haben. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank auch von Ihrer Leibniz-Universität. Die besondere Konnotation in diesem Kontext ist die, dass sich China bei der Verurteilung des Angriffs Russlands auf die Ukraine, die ja thematisiert wurde in der UN-Generalversammlung mit 34 anderen Staaten, enthalten hat bei der Abstimmung. Immerhin könnte man sagen, fünf Staaten haben auch dagegen votiert, aber wenn man sich den Kreis der Staaten anschaut, die sich enthalten haben, dann ist man schon ein bisschen irritiert. Was ich noch viel dramatischer finde, ist, dass China eben beim Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechtsrat dagegen votiert hat. Und die besondere Konnotation dabei ist, das war eben nach den stuprierenden Bildern, die wir aus der ukrainischen Stadt Butcher gesehen haben. Also hier hat man sogar dagegen gestimmt, Russland aus dem Menschenrechtsrat auszuschließen. Und wenn man es weiter durchdekliniert, kommt man einfach dahin, was einem so gar nicht klar wird. Aber ich bin Völkerrechtler, ich beobachte immer noch, auch als Präsident, die Völkerrechtspraxis, dass China und Russland im Sicherheitsrat sehr eng verbunden sind. Man könnte sagen, sie stimmen immer zusammen ab, je nachdem, wie der andere votiert, schließt sich der andere an. Nun aber zu Ihnen, lieber Herr Aust, lieber Herr Geiges. Herr Aust, ich habe eben zu Ihnen schon gesagt, Sie sind meine Jugend. Und er sagte damals, ja, das war meine Jugend auch. Ich habe nur ein bisschen bessere Gene, was die Haare anbetrifft. So war die Aussage von Herrn Aust. Ich habe ihn erlebt, immer als kritischen Redakteur. Und wenn Sie sich damals erinnern, es sind ja auch einige mit der grauen Färbung im Haar unter uns, die die Zeit auch miterlebt hatten. Dort haben wir, da hat Herr Aust richtig darauf hingewiesen, zwei Sender. Was immer dann bedeutete, sie hatten 50 Prozent Einschaltquote auf dem einen mit dem anderen Sender. Aber Panorama, und er war eben seinerzeit unterwegs, von 72 bis 76, war für mich das Magazin, was ich gerne geschaut habe. Und durchaus mal kritische Töne zu holen, zu hören. Und deswegen ist es in gewisser Weise meine Jugend, die schon lange vorbei ist. 1988 dann Spiegel TV, ein ganz neues Format, was gebildet wurde. Das habe ich natürlich dann ebenfalls verfolgt. Chefredakteur Spiegel von 94 bis 2008. Dann Herausgeber der Tageszeitung, die Welt seit 2014. Und auch ab 2016 ihr Chefredakteur. Und seit 2016 Chefredakteur der Welt N24-Gruppe. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Aber auch Herrn Geiges, Schriftsteller und Journalist. Er studierte Publizistik, Geschichte und Politik. Und jetzt haben wir viele Schnittstellen. Westfälische Wilhelms-Universität, da war ich auch auf meiner ersten Professur. Dann haben Sie Russisch studiert in Bochum. Da habe ich meine akademischen Wein und mein Studium durchlaufen. Ich war nur nicht in der New Asia University in Peking, um Chinesisch zu lernen. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Also sehen Sie es mir einfach nach. Da habe ich gepatzt. Langjähriger Chefkorrespondent des Sterns. Zusammenarbeit mit Stefan Aust schon sehr, sehr lange. Hier steht drin 1995. Mag wahrscheinlich stimmen, wenn die richtigen Geister das zusammengetragen haben. Und jahrelang Auslandskorrespondent in Peking, Hongkong, Moskau, Rio de Janeiro und New York. Und ich habe eben noch andere Töne gehört. Die will ich aber gar nicht noch da anfügen. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Die Leibniz-Universität macht diese Veranstaltung ganz bewusst, weil wir uns als weltoffene Universität verstehen, die den kritischen Diskurs und Austausch eben auch fördert. Sie stellt dafür den Raum dar, eben auch den Lichthof. Denn wir meinen, dass die Dialogfähigkeit die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns intensiv, tief, auch durchaus kritisch uns gegenüber auch entsprechend austauschen können. Und mein klares Credo auch des Präsidiums ist sehr deutlich. Die Universität muss alles aushalten, was sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt. Das ist unser Credo. Und so agieren wir in dieser Universität. Wir halten auch unangenehme Wahrheiten aus, solange sie sich auf dem Boden der FDGO schlicht und einfach bewegen. Wir haben eine sehr lange Tradition in der internationalen Zusammenarbeit, eben auch mit Staaten, die wir als nicht-demokratisch im Sinne unserer Prägung verstehen. Das ist China natürlich. Das ist der Iran. Das ist natürlich auch die Türkei. Aber das ist durchaus wichtig für uns, denn wir müssen sehen, dass wir gerade in diesen Staaten im Wege der Science Diplomacy einerseits den Wissenschaftlern und Wissenschaftlern in anderen Ländern zeigen wollen, wie unser System ist. Das ist das Best Practice. Das ist das Best Practice. Auf der anderen Seite, wir müssen natürlich auf der Ebene dafür sorgen müssen, dass wir ein sicherer und ein wichtiger Baustein dabei sind, dass wir eben auch eine Friedensordnung auf der Welt erhalten können. Das ist eine kleine Ecke. Aber ich glaube, dafür müssen wir arbeiten, wie wir alle auch arbeiten. Und deswegen nutzen wir die Science Diplomacy. Einen Sonderfall haben wir. Das ist Russland. Wir haben kategorisch mit allen staatlichen Institutionen unsere Beziehung abgebrochen, auf Eis gelegt. Denn wir sind uns alle einig mit allen Wissenschaftsorganisationen hier in Deutschland, dass unter den Prämissen, wo Wissenschaftseinrichtungen zerstört werden, wo Wissenschaftler getötet werden in der Ukraine, um nur den Wissenschaftsaspekt zu fokussieren, wo wir schlicht und einfach nicht mehr mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlern in staatlichen Institutionen entsprechend zusammenarbeiten können. Wobei wir deutlich sagen, dass es auch dort Dissidenten gibt, dass es dort auch Personen gibt, die zu uns kommen wollen, die zu uns flüchten wollen. Die unterstützen wir natürlich auch. Was wir in keinem Fall natürlich unterlaufen wollen, sind die privaten Kontakte, die bestehen, die natürlich auch weiterlaufen sollen. Bloß die institutionelle Seite haben wir radikal gekappt. China ist das Land, mit dem wir die meisten Kooperationsverträge hier an der Leibniz-Universität haben. Auch die meisten ausländischen Studierenden kommen aus China. Und wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr eng mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen kooperieren. Das ist auch notwendig. China ist kein Entwicklungsland, Klammer auf mehr, Klammer zu. In manchen Bereichen sind sie weit voraus. Und wenn wir die Probleme dieser Welt, die großen Probleme lösen wollen, dann müssen wir natürlich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Und da einen wichtigen Bereich zu negieren, wäre fahrlässig, obwohl wir natürlich Vorsicht obwalten lassen müssen. Wir fragen uns daher natürlich immer mit den Verhandlungen und mit den Kooperationen mit unseren Partnern, namentlich in China, inwiefern wir gewisse Dinge mit unserem Werte- und Wissenschaftssystem, was wir in Hannover, aber auch in Deutschland pflegen, konform gehen. Und in aller Deutlichkeit müssen wir sagen, dass wir uns natürlich der Wissenschaftsfreiheit, so wie sie im Grundgesetz und der Charta der europäischen Grundrechte niedergelegt ist, verpflichtet fühlen. Und dieses auch immer sehr deutlich unseren chinesischen Partnerinnen und Partnern kommunizieren. Und wir natürlich sehr allergisch reagieren, wenn wir entweder Druck erfahren, in welcher Richtung auch immer, mittelbar oder unmittelbar. Aber auch wenn uns durchaus Kooperationsverträge mit Klauseln vorgelegt werden, die wir so nicht zu akzeptieren bereit sind. Bevor ich das Wort an die Moderatorin und Kulturjournalistin, Frau Alexandra Friedrich, übergebe, die uns hier heute fachkundig durch den Arm führen wird, möchte ich Ihnen nahelegen, sich nach der Vorstellung an dem Büchertisch noch umzusehen und die Möglichkeit des Signierens, herzlichen Dank, Herr Aust, Herr Geiges, zu nutzen. Vielen Dank und jetzt sind Sie nämlich los und jetzt geht es richtig los. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Volker Epping, für die warmen Worte, für die Einführung, für die Einladung auch. Vielen Dank auch an den Literarischen Salon für die Einladung. Danke natürlich auch an Sie alle für Ihr zahlreiches Erscheinen, trotz des herrlichen Wetters da draußen. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf eine rege Diskussion. Wir werden uns vorher zu dritt warm machen hier auf der Bühne, einfach um denjenigen, die vielleicht das Buch direkt nach der Veröffentlichung gelesen haben, es ist ja schon im letzten, ja im Juli erschienen, nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was denn die beiden da zu Papier gebracht haben. Und auch, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Person, die das Buch noch nicht gelesen hat. Daher werden wir so 30, 40 Minuten ein bisschen eine Grundlage schaffen für eine Diskussion und dann wird diese geöffnet und dann freuen wir uns darauf zu erfahren, was Sie denn so für Fragen haben. Denn, wie gesagt, das Buch ist ja schon im letzten Jahr erschienen, es ist sehr viel passiert. Volker Epping hat ja einiges schon angerissen auch, eine Zeitenwende, davon ist immer wieder die Rede, wenn wir vom Krieg gegen die Ukraine hören. Aber auch in der Pandemie gibt es neue Entwicklungen, die auch in China gerade massive Änderungen mit sich gebracht haben. Dann geht es weiter mit Taiwan, auch dort weitere Ereignisse, all das wird sicher eine Rolle spielen, dann später in der Diskussion. Aber jetzt würde ich ganz gerne ganz vorne anfangen, an Sie auch, herzlichen Dank, auch und insbesondere. Und was mich interessieren würde, wenn wir zum Beginn zurückgehen zur Geburt dieser allerersten deutschsprachigen Biografie Xi Jinpings, mich würde interessieren, an welcher Stelle, Sie kennen sich ja schon lange, Sie beide haben einen Bezug zu China auch schon sehr lange, Sie als Korrespondent, Sie haben ja auch über Konfuzianismus zum Beispiel gearbeitet, an welcher Stelle haben Sie gesagt, Sie müssen diese Lücke jetzt füllen, gemeinsam und vor allen Dingen, wie geht man dieses Projekt an? Es ist ja nicht einfach, auch die politische Elite Chinas da heranzukommen. Wie sind Sie es konkret angegangen, das Projekt, Herr Ost, vielleicht mögen Sie beginnen? Na ja, wir haben uns beide über viele, viele Jahre und Jahrzehnte immer für China interessiert. Bei mir hat das eine familiäre Hintergrund. Ein Onkel von mir hat fast 30 Jahre in China gelebt. Und Sie können sich vorstellen, nach dem Krieg, also nach dem Ersten Weltkrieg und dann bis praktisch Kriegsende, da war in der Familie immer die Rede von China. Wir haben also sehr häufig darüber geredet, aber man kam da ja im Grunde nicht hin, während der ganzen maoistischen Zeit. Und als ich dann beim Spiegel war, als ich Chefredakteur wurde, gab es häufig mal die Möglichkeit, ein Interview zu machen mit dem Bürgermeister von Shanghai. Dann habe ich gesagt, da fahre ich mit. Oder wo auch immer. Und das ging so weit, dass ich einmal sogar, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da haben wir ein Interview gemacht mit Yang Zemi, dem damaligen Staatschef. Also das war, glaube ich, die absolut extreme Ausnahme. Und das war schon ein wirklich sehr interessantes Erlebnis, auch wie die damit umgegangen sind damals. Es war erst mal ein schriftliches Interview, wie man das so macht. Und dann musste der Chefredakteur mit, um ein Foto zu machen. Und dann haben wir gesagt, das ist ja auch nicht in Ordnung, wenn der Chefredakteur dann nur nach Peking fliegt, um noch ein Foto mit dem Staatschef zu machen. Dann wollen wir auch ein paar Fragen nachstellen. Und das zog sich dann endlos hin. Und plötzlich kam dann der Termin. Und dann waren fast so viele Leute, wie hier jetzt versammelt sind, in dem Saal. Also ich glaube, mehr als das Politbüro war da versammelt. Und dann kam er und hat mich auf Deutsch begrüßt und hat gesagt, so, dann machen wir doch jetzt mal das Interview. Und dann haben wir das vollständig neu gemacht. Und das war eine Situation, bei der ich wirklich das Gefühl hatte, es tut sich etwas in dem Land. Also wir haben das Interview zum Teil auch in dem Buch abgedruckt. Und man hatte den Eindruck, sie öffnen sich. Und dann, also ein paar Jahre später, ich bin, wie gesagt, relativ häufig da gewesen, Adrian viel länger und im Stück und der kann auch noch die Sprache. Das ist was ganz anderes. Aber dadurch haben wir einfach sehr häufig zusammen geredet. Und dann bin ich einmal in Singapur gewesen und habe einen deutschen Wirtschaftsprofessor dort getroffen. Und der hat gesagt, machen Sie sich eigentlich Gedanken darüber, welche Rolle der Konfuzianismus, das gibt ein richtiges Comeback des Konfuzianismus spielt. Und dann habe ich Adrian das erzählt und gesagt, wenn ich jetzt, da war ich schon nicht mehr Chefredakteur, wenn ich jetzt Chefredakteur des Spiegel wäre, würde ich sofort einen Titel darüber machen. Und da wir das aber ja nicht mehr waren bei dem Objekt, haben wir dann entschieden, ein Buch zu machen. Und dann hat uns vor zwei Jahren der Verleger gefragt, bei dem wir damals dieses Buch gemacht hatten in einem anderen Verlag, ob wir nicht ein Buch über China machen wollten. Und dann haben wir gesagt, also wie sollen wir denn das machen und wie viele Jahre wollen wir uns dafür nehmen. Und dann kam Adrian mit der, wie ich auch nach wie vor finde, sensationellen Idee, dass er gesagt hat, und das hat mich völlig überrascht, es gibt kein Buch über den Staatschef. Warum erzählen wir nicht die Geschichte der Entwicklung Chinas an der Biografie von Xi Jinping längs? Und das war deswegen so interessant, weil eben seitdem er an der Macht ist und ja immer weiter an die Macht gekommen ist, obwohl er schon an der Macht war, sich geradezu als einen unendlichen Staatschef da jetzt langsam etabliert, da haben wir natürlich die Entwicklung dieses Landes unter Xi Jinping auf eine wirklich sehr interessante Weise erzählen können an der Entwicklung einer Person. Also wirklich das Unglaubliche war, es ist ja nicht nur die erste deutsche Biografie von Xi Jinping, es ist die erste Biografie von Xi Jinping überhaupt weltweit. Und das erschien uns so unglaublich, weil wir natürlich auch im täglichen Leben gemerkt haben, naja, das ist so ein wichtiger Mensch für die ganze Welt, auch für Deutschland. Und die Leute wissen nichts über den, es gibt über Donald Trump oder über Obama, gibt es Bücher ohne Ende, aber es gibt nichts über Xi Jinping. Und das Zweite ist, wir haben gemerkt, die Leute haben auch ein völlig falsches Bild über ihn im Sinne von, ich erlebe das oft, wenn ich so mit Unternehmern diskutiere, die in China investieren, die denken immer noch, naja, vielleicht jetzt im Moment nicht mehr, aber haben bis vor zwei Jahren noch gedacht, naja, das geht ja jetzt so weiter, wie es sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, das Land öffnet sich immer weiter, wandelt durch Handel und das stimmt einfach nicht mehr, sondern Xi Jinping ist an die Macht gekommen, 2012 wurde er Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, dann 2013 wurde er Staatspräsident, das ist eigentlich ein Automatismus fast, weil in China gilt die führende Rolle der Kommunistischen Partei, also es wird eigentlich automatisch der Generalsekretär der Partei, wird im Normalfall dann auch zum Staatspräsidenten gewählt, also seither ist er an der Macht und das ist ein Mann, ich meine, wir beschreiben es ja im Buch ausführlich, der hat eine Mission, er selbst nennt das, das ist so diese für China typische blumige Sprache, die zweimal 100 Jahre, er sagt, das erste 100 Jahr ist 100 Jahre Kommunistische Partei Chinas, das war im vergangenen Jahr, bis dahin soll China das ganze Land so einen mäßigen Wohlstand erreicht haben und auch das, muss man sagen, bei aller Kritik, das stimmt ja, das haben die erreicht, das ist ja erstmal positiv, also die haben ein Land, haben über 800 Millionen Menschen aus der Armut geführt und haben all das, was wir in anderen Ländern mit Entwicklungshilfe versucht haben, nicht geschafft haben, haben die geschafft, also ein armes Entwicklungsland zu einem Land zu machen, das natürlich nach wie vor große Unterschiede zwischen Stadt und Land, aber wo das Leben in Metropolen wie Peking, Shanghai und so weiter in vielerlei Hinsicht viel, viel moderner ist als das Leben bei uns, da machen sich viele Leute gar keinen Begriff, wir haben ja auch ein Kapitel im Buch über 5G, TikTok und so weiter, das sind ja alle Sachen, die dort entwickelt werden, sehr viel, sehr, sehr erfolgreich. So, und die zweiten 100 Jahre, die er möchte, er sagt, 200 Jahre, ist das Jahr 2049, das ist 100 Jahre Volksrepublik China und das erklärte Ziel ist, dass bis zum Jahr 2049 China die führende Macht der Welt ist, politisch, militärisch, wirtschaftlich. Also das ist wirklich, wie man es auch bewerten mag, das ist ein Land oder eine Person, Xi Jinping, die haben einen Plan, also bei uns ist ja mehr so dieses Auf-sicht-Fahren und China hat einen Plan bis ins Jahr 2049. Ich möchte sagen, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ja ausführlich im Buch auch alles dargestellt, es vollzieht sich da etwas, was für uns alle hier riesige Bedeutung hat und es gibt bei uns so gut wie keine Informationen darüber, deswegen schien es das so notwendig sein, dieses Buch zu machen und vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Frage, und es war halt sehr produktiv, dass Stefan Aust und ich das gemeinsam gemacht haben, Stefan als neugieriger Journalist, der sich schon sein ganzes Leben für alles interessiert hat, aber eben auch für China und ich mehr so als der Insider, zehn Jahre in China gelebt, dort die Sprache studiert, dort Auslandskorrespondent gewesen, hätte ich das alleine geschrieben, wäre das wahrscheinlich so ein typisches Korrespondentenbuch von Korrespondenten für Korrespondenten geworden. Und ich hätte es alleine gar nicht gekonnt. Und doch die Gemeinsamkeit ist es wirklich halt ein Buch, das halt für ein breites Publikum interessant ist und wie man sieht ja, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, hier im Saal ist Frau Wiedemann, von Piva Verlag, die es mittlerweile in neuen Ländern mit steigender Tendenz verkauft hat, dass es wird auch auf Englisch erscheinen, dass es für deutsche Autoren immer schwierig ist, ein Buch auf Englisch erscheinen zu lassen, weil es ja so viele Bücher, englischsprachige Autoren gibt. Und aber da dieses Buch halt so einmalig ist, weltweit einmalig ist, erscheint es auch wirklich weltweit jetzt. Sie haben es ja schon angedeutet, obwohl Xi Jinping über diese Macht verfügt, wobei ich da vielleicht auch noch eine Zwischenfrage stellen würde, inwieweit ist diese Macht personalisierbar? Also betrifft es, wie viel Macht ist es? Ist es seine Macht und wie viel Macht hat die Partei, die ja auch sehr stark ist? Also ich würde fast sagen, er ist die Partei. Also man muss sagen, der Einfluss der Partei und der Struktur der Partei, der war ja immer groß, aber er hat es geschafft, es sozusagen auf sich als einzelne Person so stark zu konzentrieren. Und ich glaube, dass gerade in den letzten, also wir haben ja, sagen wir mal, ein großes Glück oder großes Pech gehabt damit, dass wir angefangen haben mit dem Buch. Ich glaube, da ging das mit Corona noch gar nicht los. Das hat uns, während wir daran gearbeitet haben, hat uns das sozusagen erwischt und haben einfach gemerkt, auch wie diese Pandemie eingesetzt worden ist, um die Macht zu festigen, von Anfang an. Also wir sind dann mal gefahren nach Cambridge, als man gerade wieder fliegen durfte und haben den A-W-W-W interviewt, der gerade einen Film gemacht hatte, also der Dissident, der einen Film gemacht hatte über den Beginn, der Pandemie, der Corona-Pandemie in China. Und den haben wir uns angeguckt und haben gesagt, wie kann das eigentlich angehen, dass der das alles filmen konnte? Wieso eigentlich? Wie hat er das eigentlich gemacht? Und haben mit ihm darüber gesprochen. Und dann hat sich herausgestellt, dass er mit vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet hat, Kameraleuten, die gedreht haben. Und das, was der gedreht hat, über den Beginn dieser Pandemie und über die Maßnahmen, die dagegen eingesetzt wurden, das hätte man in Deutschland nicht drehen können. Muss man wirklich sagen. Der hat in den Intensivstationen, in den Kliniken gedreht. Und da haben wir uns gewundert, wieso hat er die Möglichkeit gehabt, da überall zu drehen. Und haben ihn auch danach gefragt. Und hat er uns erzählt, ja, mit verschiedenen anderen und so. Und dann hat er uns gesagt, diesen Film, den können Sie im Internet angucken, das ist ein sehr, sehr interessanter Film. Den haben keine europäischen und amerikanischen Filmfestivals angenommen, weil sie gedacht haben oder gedacht haben oder signalisiert haben, wenn wir den zeigen, einen Film über die Pandemie von Ai Weiwei, dann kriegen wir irgendwie Ärger mit China. Deswegen hat keiner den gezeigt. Und dann war er richtig empört darüber und hat uns dann gesagt, ja, aber eigentlich hat er den Eindruck, dass es ja durchaus im Sinne der Regierung ist. Und hat uns dann vorgelesen, aus seinem Handy übersetzt, das ist dann sein Assistent, dass dann eine Mail, die er gekriegt hat, von seinem, dem Führungsoffizier, der für ihn zuständig war. Genau, von dem Geheimsoffizier, der für seine Überwachung zuständig war. Und er hat ihm eine Mail geschrieben, was für ein wirklich sehr guter Film das sei. Und er zeigte doch, wie das chinesische System dem Westen überlegen ist und dergleichen mehr. Und das ist wirklich sehr interessant, was sich da verändert hat und was sich an der Pandemie deutlich gemacht hat darüber, wie man in einer Diktatur am besten irgendwie das Volk unter Kontrolle hält. Und wenn Sie jetzt sich angucken, was da in Shanghai los ist, da merkt man natürlich schon, dass das erkennbar nicht nur etwas damit zu tun hat, die Pandemie möglichst zu bekämpfen, denn die Viren auszurotten, das wird auch chinesischen Virologen nicht gelingen, sondern es hilft einem autoritären System, die Leute unter Kontrolle zu haben. Und das führt genau zu Ihrer Frage zurück, weil das ist eben genau das, was sich in China verändert hat unter Xi Jinping. Vor Xi Jinping, also nach Mao, vor Xi Jinping, war es tatsächlich so etwas wie eine kollektive Führung, also dass die Parteiführung gemeinsam entschieden hat. Natürlich war einer der Generalsekretär, aber es wurde eigentlich gemeinsam, vor allem vom Ständigen Ausschuss des Politbüros heißt das, entschieden. Und es gab ja deshalb auch eine Amtszeitbegrenzung, also die Partei und Staatschefs durften jeweils nur für maximal zehn Jahre an der Macht sein. Und das alles hat ja Xi Jinping aufgehoben und natürlich hat die Partei die Macht, aber die Partei ist auf die Person Xi Jinping konzentriert. Und das wird immer skurriler. Also wir schreiben ja im Buch zum Beispiel, also Mao hat ja bekanntlich die bei uns sogenannte Mao-Bibel gehabt, also mit Mao-Sprüchen, die alle studiert haben. So, Xi Jinping hat ja was viel Moderneres, nämlich eine Xi Jinping-App, wo die Leute dann auf dem Handy dann Xi Jinping reden, studieren und eigentlich viel perfider als die Mao-Bibel. Wir beschreiben das im Buch auch. Bei der Mao-Bibel, da konnte ja keiner kontrollieren, wer das wirklich gelesen hat oder die Parteizeitung früher, wie in der DDR in Deutschland, konnte ja keiner kontrollieren, ob das wirklich gelesen wurde oder nur benutzt wurde, um irgendwas einzupacken oder so. Bei dieser Xi Jinping-App wird erfasst, wie lange man das liest und wann man das liest. Da gibt es Punkte dafür. Und wenn man dann nachts liest, kriegt man noch extra Punkte dafür. So, das ist die Geschichte, die wir auch im Buch haben. Mittlerweile ist das noch einen Schritt weitergegangen. Jetzt gerade in den letzten Tagen waren da in den chinesischen Medien und im chinesischen Internet die Fotos. Mittlerweile hat Xi Jinping zusätzlich zu dieser App auch noch wie Mao so ein kleines rotes Buch mit seinen Sprüchen drin. Weil er erkannt hat, naja, mit der App, da kann er Leute in den Städten erreichen. Aber irgendwelche armen Bauern, die haben zwar auch ein Smartphone möglicherweise, aber lesen da nicht unbedingt Sachen. Und jetzt sieht man überall in China Fotos, wirklich wie damals bei Mao, wo die da sitzen, Schulkinder mit roten Halstüchern, arme Bauern sitzen zusammen und lesen diese, ja, Xi Jinping Bibel, lernen auswendig Sprüche von Xi Jinping. Da wird dann im chinesischen Fernsehen gesagt, ja, es wäre gut, wenn man, also jetzt für die einfachen Leute sozusagen, die Bauern oder so, es wäre gut, wenn man doch jeden Tag zumindest zehn Minuten Xi Jinping studiert und Xi Jinping auswendig lernt. Ja, um Xi Jinping zu charakterisieren, vergleichen Sie ihn ja auch immer wieder mit seinen Vorgängern zu allerersten, natürlich Mao. Aber es gibt ja nicht nur diese Parallelen, die Sie jetzt aufgetan haben, sondern auch große Unterschiede zu Mao. Naja, die Unterschiede sind als erstes mal die, dass durch die Öffnung des Landes nach dem Tod von Mao, nachdem das dann nach außen geöffnet worden ist, es einfach ein reiches Land geworden ist. Jetzt nicht für die gesamte Bevölkerung, aber insgesamt ist es natürlich ein wirtschaftlicher Aufschwung, wie es den in der Geschichte kaum irgendwo jemals gegeben hat. Man darf nicht vergessen, auch immer, wenn man über Demokratie und Menschenrechte redet, ist natürlich, das nicht verhungern zu müssen, auch schon mal ein Menschenrecht. Das darf man nicht vergessen. Man darf nicht unterschätzen, dass die natürlich für ihre Bevölkerung auch eine Menge getan haben. Und ihnen am Anfang ja auch die Möglichkeit gegeben haben oder auch immer noch im Ausland zu studieren. Die haben die Leute nicht eingesperrt. Sie durften woanders hinfahren, sie durften studieren, sind dann auch die meisten freiwillig wieder zurückgekommen. Das heißt, das Land hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Aber gleichzeitig ist im Zusammenhang mit der Digitalisierung in den letzten Jahren natürlich auch ein System entstanden, mit dem man eine Bevölkerung auf ganz andere Weise unter Kontrolle halten kann, wie das zum Beispiel zur Zeit von Mao oder zur Zeit der DDR gewesen ist. Wir müssen uns ja nur mal überlegen, vor etwas mehr als 30 Jahren, als es die DDR noch gab, wir kennen ja die Stasi-Unterlagenbehörde, haben mich mit der Stasi außerordentlich intensiv beschäftigt, wie viele geheime Mitarbeiter die hatten, wie viele IMs, die hatten alles Mögliche, wie viele Akten es davon gibt, wie viele riesengroße Aktenvorräte es gibt. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, dieses Ministerium für Staatssicherheit hätte es gegeben, wenn sie auch Computer gehabt hätten, die auch funktionieren, und ein Überwachungssystem, wie es möglich ist, mit Handys und mit Kameras auf den Straßen, dann hat man ungefähr eine Vorstellung davon, wie sich das in China seit Mao Zedong-Zeiten tatsächlich entwickelt hat. Das ist, also ich habe mal mit einem anderen Kollegen Thomas Ammann zusammen ein Buch gemacht, das hieß Die digitale Diktatur. Und wenn Sie sich das heute angucken, ist das natürlich sozusagen der Inbegriff eines Überwachungsstaates, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wir haben also in dem Buch viele Beispiele dafür, wie die Überwachung auf den Straßen geht, wie das mit den Punktesystemen geht, wie das mit der Gesichtserkennung geht und dergleichen mehr. Ob das am Ende ein Land, einem Land auf Dauer Fortschritt bringt, ist eine ganz andere Frage. Und wie manchmal Sachen nach hinten losgehen, das wissen wir ja an der Geschichte mit unserem Buch und dieser geplanten Veranstaltung hier, das müssen wir jetzt gar nicht noch deutlich machen. Manchmal ist es eben so, dass autoritäre Systeme oder Diktaturen glauben, dass man mit Anordnung und mit Überwachung alles erreichen kann. Und irgendwann merken Sie mal, dass sie damit ziemlich schief liegen, wie wir möglicherweise oder hoffentlichweise an dem Krieg in der Ukraine auch gerade sehen. Es gibt da sehr viele Parallelen. Und das Interessante ist, dass wir eben mehr oder weniger zufällig zu einem bestimmten Zeitpunkt darauf gekommen sind, uns jetzt mit dieser Person zu beschäftigen, mit dieser Entwicklung. Und da sind wir in eine Entwicklung reingeraten und konnten die sozusagen in der Anfangsphase beschreiben. Wir haben das Buch ja auch noch ein Stück jetzt für die ausländischen Editionen nochmal etwas ergänzt durch Aktualisierung. Da kann man natürlich sehen, dass wir zufällig mit diesem Projekt in eine Zeit geraten sind, für die das Wort Zeitenwende eigentlich ziemlich niedrig betitelt ist. Es gibt noch einen anderen wichtigen Unterschied zwischen Xi Jinping und Mao. Mao hat sich ja eher so als Kommunist alter Schule, war ja so gegen das Alte, gegen die alten Sitten und insbesondere in China gegen den Konfuzianismus. Bei Xi Jinping ist es im gewissen Sinne umgekehrt, beziehungsweise Xi Jinping legt auch großen Wert auf eine Art von Re-Ideologisierung, was das Marxistische angeht, also sagt, das ist vernachlässigt worden, das Studium des Marxismus und das muss wieder mehr und mehr rote Fahnen, mehr rote Lieder. Gleichzeitig sieht er sich aber auch in der Tradition der chinesischen Geschichte von Konfuzius über die chinesischen Kaiser bis heute. Und das ist eigentlich ein Widerspruch, weil ursprünglich waren die immer gegen Konfuzius die Kommunisten. Aber das Bindeglied für ihn ist der Nationalismus. Also für ihn, das sind alles Chinesen und erorten das ein in eine großartige tausendjährige Geschichte, von der er quasi der aktuelle Vollstrecker ist, also Vollstrecker auch im Sinne von Taiwan zurückzuholen und so weiter und so weiter. Und auch da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit mit Putin, der ja eben an die russische Geschichte anknüpft und im Grunde von der Wiederherstellung des Zarenreiches redet. Das ist wirklich sehr gespenstische Parallelen, muss man wirklich sagen. In der Hoffnung, dass eine Parallele nicht eintritt, über die wir in dem Buch auch uns Gedanken gemacht haben, nämlich wie das mit Taiwan ist. Ja, genau. Also gerade jetzt im Zuge der Invasion Russlands in der Ukraine stellen sich natürlich viele die Frage, wird China jetzt nachziehen, wird sie, die Bedrohung gab es ja schon mehrfach. Also er hat ja erklärt, dass Taiwan, solange er im Amt ist, noch in dieser Zeit sozusagen zurück ins Reich geholt werden soll. Glücklicherweise, wenn ich das mal zynisch sagen darf, hat er gleichzeitig seine Amtszeit verlängert. Also dass es nicht direkt vor der Tür steht. Aber wir haben darüber heftig diskutiert, als wir das geschrieben haben, über die Frage, wie groß eigentlich die Gefahr ist und haben immer gedacht, in dem Moment, in dem China Taiwan angreift oder versucht ist zu okkupieren, gibt es eine Wirtschaftskrise, die man sich gar nicht vorstellen kann, schon vorher. Ganz egal, ob jetzt der Westen dann eingreift oder ob er nicht militärisch eingreift, aber es wird dann, wird man Sanktionen machen und das wird eine Wirtschaftskrise ohne Ende herausfordern und haben deshalb gedacht, vielleicht sind die als Kaufleute so schlau genug, dass sie das nicht riskieren. Wenn man sich heute den Einmarsch und den Überfall der Russen auf die Ukraine vorstellt und sich ansieht, dann sieht man ja, dass die Sanktionen dann gekommen sind, eine ganze Menge und zwar wahrscheinlich mehr, als er gedacht hat. Und wir sind ja auch dabei, Schritt für Schritt in eine wirklich schwierige wirtschaftliche Situation zu geraten, indem wir vermutlich entweder durch Selbstabschalten oder abgeschaltet werden, vom Erdgas abgeschnitten werden. Die ersten Schritte in Bezug auf Polen zum Beispiel haben die Russen ja jetzt unternommen. Das heißt, ein solcher Überfall auf ein anderes Land führt zu, in einer so gewobenen Wirtschaft auf der Welt, führt natürlich zu erheblichen, aber erheblichen Konsequenzen. Und man kann nur hoffen, dass die Solidarität der Chinesen mit Russland im Augenblick nicht so stark sein wird, und macht das vielleicht deswegen, weil sie Kaufleute sind, dass sie das nicht riskieren. Die Drohpulisse wird ja aber aufrechterhalten. Es gab ja jetzt gerade vor zwei Wochen wieder Militärbarung. Die ist wahnsinnig groß und ich muss Ihnen sagen, ich habe ja nun schon viele Krisen irgendwie so als Journalist oder als junger Mensch irgendwie miterlebt und beobachtet oder rückblickend miterlebt. Nun muss man sagen, rückblickend weiß man immer, dass die Kuba-Krise nicht zum Dritten Weltkrieg geführt hat. Also insofern kann man sich nicht mehr so ganz genau vorstellen, in welcher Situation man sich damals befand, bevor sich herausstellte, dass die Russen in der Angelegenheit einlenken. Aber die Amerikaner natürlich auch. Der Deal war ja, die Russen bauen ihre Atomraketen nicht auf Kuba auf und die Amerikaner verzichten auf die Raketen in der Türkei. Es gab ja auch einen Deal. Deswegen kann man nur hoffen, dass es irgendwann einen Deal geben wird, der das Ganze beendet. Aber es ist, finde ich, eine außerordentlich gefährliche Situation. Und die hat natürlich was damit zu tun, dass während des Kalten Krieges waren die Russen zwar eine Militärmacht und hatten eine riesengroße Armee und auch viele Länder, die sie um sich herum irgendwie gesammelt hatten, um den Abstand zum Westen möglichst groß zu machen. Aber damals hatten sie nicht China im Rücken, die eine Weltmacht gewesen sind. Das war damals nicht der Fall. Das heißt, die sind heute nicht schwächer, als sie früher gewesen sind, sondern eher stärker. Und das Gefährliche bei Taiwan ist ja, dass sich Xi Jinping in eine Situation rein manövriert hat, wo er gar nicht mehr rauskommt. Also er möchte zu seinen Lebzeiten, Lebensunamtszeiten Taiwan zurückholen. Es gab natürlich auch immer die Diskussion, ja eine friedliche Vereinigung unter dem Motto Ein Land, zwei Systeme. Aber dieses Modell Ein Land, zwei Systeme hat er ja in seinem Kontrollwahn in Hongkong ja gerade kaputt gemacht. Deswegen glaubt natürlich in Taiwan heute niemand mehr, dass es irgendwie eine Vereinigung mit China geben kann, wo die dann tatsächlich ihr eigenes System und ihre eigenen Freiheiten behalten. Deswegen geht es eigentlich nur noch militärisch und diese Option hält sich China ja auch immer offen. Das Einzige, glaube ich, wozu der Ukraine Krieg geführt hat in Bezug auf Taiwan ist, also die Chinesen schauen sich natürlich sehr genau an, was da passiert und ziehen natürlich den Schluss daraus, sie müssen militärisch gut genug vorbereitet sein, dass sie das auch schnell schaffen können. Und zweitens, sie müssen wirtschaftlich vorbereitet sein, dass sie den unabdingbaren Boykott-Sanktionen dann aushalten. Und da sind die aktiv dabei. Das ist natürlich auch der Unterschied zwischen der russischen Politik und der chinesischen, dass China und Xi Jinping natürlich viel langfristiger denken. Und er hat ja die Devise ausgegeben, quasi eine Autarkie herzustellen. Also er nennt das zwei Kreisläufe. Hört sich erstmal nicht so stark an. Er sagt, neben dem internationalen Wirtschaftskreislauf muss viel, viel stärker der interne Kreislauf entwickelt werden. Aber wenn er dann direkt vor Arbeitern spricht zum Beispiel, dann benutzt er auch das Wort Autarkie. Also die Idee ist, dass sich China auch auf so einen Einmarsch in Taiwan vorbereitet, eben nicht wie Russland das von heute auf morgen macht, sondern sich wirtschaftlich darauf vorbereitet, indem sie mit ihrem riesigen Markt, den sie im eigenen Land haben, 1,4 Milliarden Menschen, eine Wirtschaft entwickeln, die dann mehr auf den Innenmarkt ausgerichtet ist, als wie bisher auf den Weltmarkt. Und das gibt ihnen dann auch wirtschaftlich die Möglichkeit, dann sowas wie einen Angriff auf Taiwan zu unternehmen. Sie haben ja gerade schon die Wirtschaftskrise angesprochen. Sie haben jetzt darüber gesprochen, dass China die Autarkie, die wirtschaftliche Autarkie anstrebt. Jetzt gerade sind das ja eher Entwicklungen, die in eine andere Richtung gehen. Jetzt aber auch in Bezug auf Corona. Also in Shanghai, der Lockdown jetzt seit mehreren Wochen, in Peking droht er auch. Was bedeutet das für die Wirtschaft Chinas oder generell für China? Also ich glaube, das kannst du besser sagen, weil Adrian ist nämlich dabei, Tag und Nacht die ganzen chinesischen Internetplattformen und dergleichen zu studieren und schickt dann immer mal Bilder, was da gerade passiert. Ich kann es dann immer gar nicht glauben, muss ich wirklich sagen. Also wenn Sie allein die Bilder vorhin haben, hat er mir ein paar Bilder gezeigt, wie die infizierte Kinder, also Corona-infizierte Kinder oder jeweils positiv getestete Kinder, wie die gerade sozusagen in Raumfahreranzüge stecken, die von den Eltern wegnehmen, dann in irgendwelche Kinderheime oder Lager oder sonst was bringen, wo sie denn separiert werden. Wenn man sich das anguckt, das kommt einem vor wie aus einem grausigen Science-Fiction-Film. Ja, genau, also man muss ein bisschen ausholen, also Xi Jinping, seit er an der Macht war, hat er ja das Ziel gehabt, also China ein bisschen vom Ausland abzuschließen, zumindest ideologisch. Er hat zwar noch wirtschaftlich gesagt, ja, wollen wir Handel treiben, da war seine bekannte Rede in Davos, wo er sich so ein bisschen sogar als Gegenspieler zu Trump inszeniert hat, Trump macht Handelskriege, er ist für offenen Welthandel, aber er hat immer gewarnt vor dem ideologischen und kulturellen Einfluss des Auslands und wollte China ideologisch immer abschließen. So, dann kam Corona, klar, ist natürlich eine ernsthafte Krankheit und dann wurden ja dort sehr harte Maßnahmen beschlossen, die ja bis heute andauern und die ja vor allem dazu geführt haben, natürlich erst mal begründet mit Corona, aber das hat Xi Jinping dann auch erkannt, ach, da hat er ja zwei Fliegen auf einen Schlag, damit schließt er auch das Land vom Ausland ab, dass ja China seit zwei Jahren quasi verschlossen ist. Also es gibt ja nur noch ganz wenige Menschen überhaupt, die ein Visum bekommen für China und selbst die, die eins bekommen, müssen dort wochenlang in Quarantäne und vorher auch viele Bluttests, alles Mögliche machen, so dass es nicht nur für uns Nicht-Chinesen sehr schwer oder für die meisten fast unmöglich ist, nach China zu kommen, aber es ist auch schwer für Chinesen hin und her zu reisen, weil die haben ja die gleichen Prozeduren dann, wenn sie wieder zurückkommen. Sprich, all das, was sich in den letzten Jahrzehnten positiv entwickelt hat, was ja auch der Direktor der Hochschule ja im Eingangsstatement ja auch erwähnt hat, hat eben dieser Austausch, dass viele Chinesen im Ausland studieren und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es das noch, aber dieser Austausch ist ja in den letzten Jahren sehr stark eingeschränkt worden. Also China hat sich sehr stark verschlossen, eigentlich so stark verschlossen wie seit der Kulturrevolution nicht mehr. Und jetzt aktuell, in diesen Wochen, erlebt man ja schon einen Höhepunkt, der, man könnte sagen skurril, aber eigentlich wirklich erschreckend ist. Also China muss man, wenn man es jetzt direkt auf Corona bezieht, sagen, war ja im gewissen Sinne erfolgreich, also dass sie halt, weil sie das Land abgeschlossen haben, weil sie harte Maßnahmen getroffen haben, die Zahlen sehr niedrig waren. Nur jetzt halt mit der Omikron-Variante, die halt sehr ansteckend ist, hilft das alles auch nicht mehr. Das heißt, das verbreitet sich jetzt auch in China stark, stößt auf eine Bevölkerung, die eigentlich gar nicht immunisiert ist. Ich meine, bei uns ist es ja so, wir sind alle dreimal geimpft, meisten haben auch schon mal das gehabt und so weiter, haben da eine Immunität entwickelt, weshalb ja auch in den westlichen Ländern, in den anderen noch mehr als in Deutschland, ja eigentlich schon fast die Normalität zurückgekehrt ist. Das heißt, China versucht das jetzt weiter, diese Null-Covid-Politik durchzusetzen mit drastischen Maßnahmen. Das ist ja unglaublich. Ich meine, Sie kriegen das aus den Nachrichten mit, aber ich kriege es auch aus dem chinesischen Internet mit, wo das dann veröffentlicht wird. Natürlich nach zwei Minuten dann oder ein paar Minuten die Beiträge, Videos und so weiter gelöscht werden, aber dann von anderen kopiert werden und wieder verbreitet werden, sodass die das dann sehen können. Also was passiert da, da wird, also ist ja die ganze Stadt Shanghai und nicht nur Shanghai, Shanghai wissen wir am meisten, weil sie halt auch in Deutschland gut bekannt ist, aber es sind mehrere Millionen Städte und Millionen Städte heißt ja zehn Millionen Städte, sind im Total-Lockdown, also das heißt jetzt nicht irgendwie nur im Geschäft Maske anziehen, das heißt das Haus nicht mehr verlassen, was mittlerweile auch zu Problemen führt, also sogar mit der Lebensmittelversorgung, dass Leute hungern, dass Leute keine Medikamente bekommen. Auch die gesundheitlichen Auswirkungen sind katastrophal, dass Leute, die einen Herzinfarkt haben, ja auch nicht ins Krankenhaus dürfen, weil die ja auch nicht auf die Straße dürfen. Und das alles deshalb, und da sieht man halt auch den Irrsinn so eines Systems, das um so eine Person sich dreht, das ist ein offenes Geheimnis in China, dass der Hauptgrund, warum diese Corona jetzt so drastisch sind in Shanghai und anderen Städten, ist nicht wegen Corona, sondern der Hauptgrund ist der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas in diesem Herbst, auf der Xi Jinping als Herrscher auf Lebenszeit gekrönt werden soll. Und dazu braucht er, muss er sich als der Sieger gegen Corona, über Corona, der Sieger über Corona präsentieren. Und so ein System funktioniert halt so, dass die Leute unten dann das machen, was ihnen von oben befohlen wird oder sogar in vorauseilendem Gehorsam, was sie meinen, was Xi Jinping wollen könnte, um dieses Ziel durchzusetzen. Und deswegen handeln die so, dass sie sagen, es geht jetzt nur noch um dieses eine Ziel, null Corona, alles andere ist egal, ob die Leute an was anderem sterben, ist egal, ob die Leute verhungern, ist egal, ob, genau, Stefan Auster hat es gerade erwähnt, dass Kinder, also vier-, fünfjährige Kinder von ihren Eltern weggenommen werden, nur weil sie einen positiven Corona-Test haben und dann mit tausenden anderen Menschen in irgendein Corona-Quarantäne-Zentrum kommen, was natürlich auch völlig ungesund ist, weil da hygienische Bedingungen katastrophal sind. Sie haben vielleicht alle schon positiv getestet, aber können ja dann auch andere Krankheiten dort bekommen. Ja, das ist, was dort passiert und wir sollten auch nicht vergessen, so hat der Corona angefangen. Das hat sich ja erstmal überhaupt nur ausbreiten können, weil es totgeschwiegen worden ist, weil da wiederum die Funktionäre, als es anfing, in vorauseilendem Gehorsam gemeint haben, naja, wir dürfen ja überhaupt nichts sagen, dass es so eine Krankheit gibt, weil in unserem System, das so erfolgreich ist, da darf es ja sowas überhaupt nicht geben. Und wir haben ja gerade, das war ja damals auch vor diesen zwei Kongressen, Lianghui, wie die Chinesen sagen, also sowohl auf Provinzebene als auch auf ganz China-Ebene, die nationale Volkskongress und die Konsultativkonferenz, da dachten die, naja, es darf jetzt vor diesem Kongress keine schlechten Nachrichten geben, also auch keine Krankheit. Dann haben sie umgeschwenkt knallhart gegen Corona und mittlerweile hat das Auswirkungen, die eine Katastrophe sind, die Katastrophen sind in allererster Linie für die Menschen, die in China leben, aber natürlich auch für die ganze Welt, weil auch die ganzen Lieferketten funktionieren ja nicht mehr. Ja, gerade wird ja viel über die Abhängigkeiten Deutschlands auch von der russischen Wirtschaft gesprochen. Damit sind wir ja beim Stichwort, wie abhängig sind wir denn von der chinesischen Wirtschaft? Sollten wir darüber mehr nachdenken, auch jetzt schon? Wir hängen von der chinesischen Wirtschaft ab, aber die chinesische Wirtschaft hängt auch ein Stück von uns ab. Und ich glaube, das, was vorhin schon mal kurz angesprochen wurde, wir haben ja auch mit vielen Wirtschaftsleuten gesprochen, auch haben jetzt nach wie vor Kontakt, dass eben viele Leute sagen, wir haben eben gedacht, dass so der Wandel durch den Handel und die Kombinationen und die Reisen und die Verbindung existiert. Und wir haben ja auch immer gedacht früher, wenn die Wirtschaft irgendwo liberalisiert wird und irgendwo eine Marktwirtschaft ist, dann ist das so langsam der Abschied von diktatorischen oder autoritären Systemen. Dann wird man irgendwann, was weiß ich, bei der parlamentarischen Demokratie landen. Das ist leider erkennbar nicht der Fall. Das heißt, ich glaube, dass diese Fliehkräfte eines solchen Systems durch eine liberalisierte Wirtschaft oder eine Marktwirtschaft oder eine Weltwirtschaft, dass die tatsächlich dazu führen, dass die Leute selbstständig werden und dass sie auch Menschenrechte verlangen und dass sie demokratische und rechtsstaatliche Ordnungen verlangen. Und das haben die kapiert. Und sie haben Angst gehabt und haben Angst, dass ihnen das aus dem Ruder läuft. Und deswegen, glaube ich, hat Xi in den letzten Jahren so angefangen, die Maßnahmen wieder zusammenzufassen und mehr eine Parteidiktatur einzuführen, die Leute mehr unter Kontrolle zu nehmen, weil er Angst hat, dass ihnen das irgendwann aus dem Ruder läuft. Übrigens ganz ähnlich, und da finde ich, sind die Parallelen zu dem, was wir in Russland gerade entdecken und die Verhaltensweisen von Putin sind ganz ähnlich. Es war ja auch so, dass in Russland war ja die Amtszeit eines Präsidenten auf zwei Legislaturperioden ursprünglich begrenzt, wie in Amerika, übrigens nicht wie bei uns. Ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn wir das mal einführen würden, aber das nur mal ganz am Rande. Und dann hat er als erstes Mal ja das Amt des Präsidenten noch abgegeben und hat dann jemand anders eingesetzt, der dann Präsident wurde und er hat dann mit dem Ministerpräsidenten gespielt. Aber auch da ist es so, dass man ja erkennen kann, dass Putin seine Amtszeit mit seiner Lebenszeit irgendwie koppeln will und dass er erkennbar die Macht nicht mehr abgeben will. Und das wirkliche Problem bei derartigen Systemen ist ja, dass nach einer gewissen Zeit es im Wesentlichen dem Machthaber dann darum geht, seine Position zu halten. Und das ist im Übrigen in abgemilderter Form auch in Demokratien der Fall. In den letzten Jahren versuchen die Leute im Wesentlichen nicht mehr Politik zu machen, sondern im Amt zu bleiben. Und das kann man bei Putin sehr deutlich erkennen, dass das ganze System nur noch so ist, dass alles auf seinen Befehl hört und dass dann dieses System eigentlich nur noch darin besteht, die Macht zu halten. Und das ist gleichzeitig gefährlich für ein System. Und es ist auch gleichzeitig gefährlich für die Welt, weil dann Leute dazu neigen, solche aberwitzigen Dinge zu tun, wie gerade Putin in Bezug auf die Ukraine. Und sich dann sogar auch noch täuscht in der eigenen Macht. Der hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass er solche Schwierigkeiten hat, die Ukraine zu besetzen. Und unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von China ist ja noch viel, viel größer als die wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland. Und da sind es die Rohstoffe, aber China ist ja alles, sowohl was wir von dort beziehen, also all unsere Geräte, Smartphones, weiß ich was, egal von welcher Marke die sind, die kommen zwar zum Teil von amerikanischen Firmen, aber hergestellt, produziert werden sie ja in China. Umgekehrt, unsere Unternehmen, Volkswagen und so weiter und so weiter, haben ja ihren Markt in China, die sind auch auf China angewiesen. Und es wurde immer gesagt, naja, es gibt ja so einen Wandel durch Annäherung oder so einen Wandel durch Handel. Ja, gibt es aber mehr im Sinne, dass wir uns verändern, nicht, dass sich China verändert. Und nur ein Beispiel dafür, hier der Mercedes-Benz hatte einen Kalender veröffentlicht und hat darin einen harmlosen Spruch gehabt vom Dalai Lama. Der Spruch hieß, schau dir eine Situation von allen Blickwinkeln aus an und du wirst offener werden. Also ein völlig harmloser Spruch. Dann gab es Proteste dagegen aus China, weil da der Dalai Lama zitiert wurde. Und Mercedes-Benz, Daimler ist eingeknickt, haben sich entschuldigt bei den Chinesen dafür, ja, das wäre nicht ein großer Fehler gewesen, dass sie in ihrem Kalender da so einen Spruch vom Dalai Lama zitieren. Ich werde jetzt noch eine Frage stellen, dann öffnen wir die Diskussion. Angesichts der neueren Entwicklungen, wir haben ja gerade über Corona gesprochen und was das für die Wirtschaft Chinas bedeutet, bringt mit dem Festhalten an der Null-Covid-Politik und anderen vielleicht vermeintlichen Fehlentscheidungen Xi Jinping die Errungenschaften Chinas in ernsthafter Gefahr und auch den Titel, den sie ihm verliehen haben, den mächtigsten Mann der Welt zu verlieren. Na gut, das schließt sich ja nicht aus. Also klar kann er damit auch China und sein eigenes System in Gefahr bringen, weil eigentlich das, was China erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, war ja die Öffnung. Also es wird zwar in der Propaganda der kommunistischen Partei Chinas so getan, als sei es dank der kommunistischen Partei Chinas seien die Menschen zu Wohlstand gekommen, aber in Wahrheit, ich meine die Kommunisten haben gesiegt in der Revolution oder im Bürgerkrieg gegen die Kuomintang 1949 und dann unter Mao war China ein armes Land. Wir hatten damals gedacht, die Leute in Indien hungern, aber die größte Hungersnot in der Geschichte der Menschheit war während des sogenannten großen Sprungs nach vorn, Ende der 50er Jahre unter Mao. Dann gab es die Kulturrevolution, wo quasi zehn Jahre Lockdown war, wo zehn Jahre alle Universitäten, Schulen und so weiter alles geschlossen waren. Chinas Erfolge fingen erst damit an 1978, also mit Deng Xiaoping, mit der Reform und Öffnung. Und mit seiner Politik, die ja zumindest zum Teil von dieser Öffnung zurückgeht, gefährdet Xi Jinping natürlich all das oder könnte es gefährden. Er selbst glaubt natürlich, dass China mittlerweile so eine wirtschaftliche Macht hat, dass er gar nicht aufs Ausland angewiesen ist, aber er kann das alles in Gefahr bringen, was ihn aber nicht weniger mächtig, um es abzuschließen, nicht weniger mächtig und nicht weniger gefährlich macht, weil das sehen wir gerade an Putin, also so ein Herrscher in Verzweiflung kann ja noch viel gefährlicher sein, als einer, bei dem alles gut läuft. Amen. Alles beantwortet. Sehr schön. Ja, ich hätte noch ungefähr eine Million Fragen, aber Sie sollen ja auch die Chance bekommen, Ihre Fragen zu stellen. Ich bin jetzt sehr neugierig. Es gibt zwei studentische Hilfskräfte mit großem, langen Mikrofonen. Und wenn Sie sich einfach melden mögen, dann, da sehe ich eine Meldung. Also vielen Dank erstmal bis hierhin. Es ist sehr interessant, was Sie schildern über das System China. Jetzt haben Sie aber ja den Titel gegeben, Sie haben ja eine Biografie geschrieben. Und ich würde nochmal interessieren, inwieweit haben Sie diese Person eigentlich erkennen können? Ist da eigentlich eine Person, die das Ganze steuert? Hat die bestimmte biografische Erfahrungen, die vielleicht diese Politik beeinflussen? Gibt es irgendwelche Karriereknicks, irgendwelche Marotten, die am Ende diese Politik beeinflussen? Das ist das ganze Buch darüber, über diese Person, über wie er sich entwickelt hat, Xi Jinping, wie er zu dem wurde, wer er ist. Also ist jetzt natürlich schwer in der Antwort auf eine Frage, das ganze Buch zu erzählen. Aber in Kürze gesagt kann man sagen, also er kommt ja aus der, also was man China Prinzling nennt. Also er ist der Sohn eines der Anführers der Revolution. Sein Vater war stellvertretender Premierminister. Sein Vater fiel dann aber in Ungnade, wie es in solchen stalinistisch geprägten Systemen ja oft ist, dass es da irgendwelche Säuberungen gibt. Und Mao dachte plötzlich, er ist ein Verräter. War er nicht, aber wurde halt plötzlich, wie es ja unter Stalin auch passierte, dann abgesägt. Und erst unter Hausarrest und dann sogar gefoltert, Gefängnis und so weiter. Xi Jinping war dann im gewissen Sinne dann auch ein Opfer des Systems, weil er nicht nur, weil sein Vater plötzlich Verfolgter war, sondern auch, weil er, wie übrigens nicht nur er, sondern wie alle Jugendlichen aus den Städten in China während der Kulturrevolution aufs Land verbannt wurde, weil Mao die Wahn-Idee hat, ja die Leute aus den Städten, die sollen zu den armen Bauern gehen, um von denen umerzogen zu werden. Das war für Xi Jinping, der ja aus einer privilegierten Familie kam, natürlich ein Kulturschock. Er musste in einer Höhle leben, hat da auf dem Feld sehr, sehr harte Arbeit gemacht. War aber insofern prägend für ihn, weil er da halt auch erkannt hat, wie arm die normale chinesische Bevölkerung ist und wie schwach der Entwicklungsstand da ist, das, was ihn motiviert hat, das zu verändern. Und das ist ja auch, was wir im Buch darstellen. Wir stellen ja nicht schwarz-weiß dar bei allem Kritischen, was jetzt gesagt worden ist, aber wir sagen ja nicht, das ist jetzt ein schlimmer Mann, der nur schlimme Absichten hat. Nein, er hat, er ist von dem, was er sagt, überzeugt. Er möchte China zu dem großen, blühenden Land machen. Und dafür waren, weil sie fragten ja, wovon er geprägt worden ist, da ist er von diesen Erfahrungen da in der Armut, das hat ihn geprägt, dass er sagte, das möchte er ändern. Aber das ist natürlich, wie auch in anderen Ländern, kein automatischer Prozess, dass da irgendjemand vom Himmel fällt, der anschließend der mächtigste Mann der Welt wird, sondern das ist ja das, was wir versucht haben zu beschreiben, eine Karriere, die ja im Prinzip auch eine Karriere ist, wie sie auch in Amerika oder in Deutschland oder sonst wo stattfindet, dass Leute mit bestimmten Grundbegabungen durch bestimmte Zufälle an bestimmte Dinge geraten, an andere Personen geraten und dann innerhalb dieses Machtapparates sich nach oben arbeiten. Das war von Anfang auch nicht gesagt, dass er mal ganz oben landet. Aber er hat natürlich schon, und das kann man eben an seinem Leben sehen, bestimmte Fähigkeiten, sich in bestimmten Situationen gegenüber anderen Leuten durchzusetzen und zwar im Endeffekt ziemlich rücksichtslos. Sie sagen ja auch, dass hinter jeder seiner Entscheidungen, dass ein großes Kalkül dahinter steckt bei allem, was er... Naja, es ist immer eine Mischung. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Kalkül und Glück oder auch Unglück oder eine bestimmte Konstellation, die dazu führt. Und im Übrigen, gerade in diesen Systemen ist es ja so, dass eben es nicht so ist, wie wir das uns in der Demokratie vorstellen. Und das ist ja eigentlich der entscheidende Vorteil eines demokratischen Systems, dass man die Herrschaft abwählen kann. Die Wahlen sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, mit Wahlen jemanden aus dem Amt entfernen zu können. Und das ist ja das, was in einem solchen System und jetzt auch gerade systematisch von ihm auch beseitigt worden ist, die Möglichkeit, ihn loszuwerben. Schon allein dadurch, dass er vielleicht zwei Amtszeiten gewesen ist und jetzt zurücktreten muss. Das ist die wirkliche Gefahr, die in diesen Systemen liegt. Ist Ihre Frage beantwortet? Halbwegs. Gut, wer möchte noch etwas wissen? Da können Sie direkt bleiben. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich habe eine Frage zu Ihrer Einschätzung, was das Thema Korruption angeht. Auch wieder vielleicht im Vergleich zu Russland. Es gibt ja jetzt nicht diese Wirtschaftsoligarchen in der klassischen Form wahrscheinlich, wie wir das in Russland sehen, aber ja doch auch viele zu Geld gekommene Leute über die wirtschaftliche Öffnung in China. Und da würde mich interessieren, wie Ihre Einschätzung ist zur Korruption im Land, sowohl was die Person, Xi Jinping, angeht, wie auch sein Umfeld und welche Rolle das spielt. Also wir haben nicht herausgefunden, wo er seine Milliarden angelegt hat. Aber es ist natürlich in diesen Systemen, ist die Korruption wirklich ein Teil des Systems. Und gleichzeitig wird die Korruption natürlich auch benutzt, um dann Leute auszuschalten, die einem nicht mehr in den Kram passen. Das ist in Russland so gewesen, wenn man an den Fall N. Korutkowski denkt. Und es wird wahrscheinlich in Russland jetzt noch ein paar mehr Fälle dieser Art geben. Wenn irgendjemand mal ein bisschen etwas Kritisches über den Überfall auf die Ukraine sagt, kann er möglicherweise irgendwann tot aufgefunden werden. Solche Fälle hat es auch schon gegeben. Und bei Xi Jinping hat man ja auch deutlich festgestellt, dass er seine Kampagnen gegen Korruption natürlich systematisch durchgezogen hat. Ich vermute mal gegenüber Leuten, die ihm auch politisch sonst nicht weiter in Kram gepasst haben. Das ist wirklich, da gibt es Ähnlichkeiten. Es gibt einen kleinen Unterschied vielleicht zwischen Russland und China, dass die Großunternehmen, die wirklichen Oligarchen, sind glaube ich im Wesentlichen Leute gewesen, die ein Unternehmen aufgebaut haben. Die ersten großen Oligarchen, die in Russland entstanden sind, das sind diejenigen, die quasi am Sterbebett des Genossenkommunismus gesessen haben und das Erbe in Form von Rohstoffen sich unter den Nagel gerissen haben. Das sind ja wirklich die richtig großen Karrieren, die es da gegeben hat. Die haben ja eigentlich die Reichtümer des Landes untereinander aufgeteilt. Und das, was Putin dann eben gemacht hat, haben wir mal einen Spiegeltitel gemacht, der lautete etwa so, der hat die Fusion von KGB und Kapital gemacht. Aber nochmal auf China und Xi Jinping bezogen. Ich meine, er hat ja, als er an die Macht gekommen ist, das Erste, was er machte, war eine große Kampagne vorgeblich gegen Korruption. Beziehungsweise, das ist halt eine Mischung dann. Natürlich hat er auch, also Korruption war und ist ein großes Problem in China. Und er ist auch populär geworden, weil er eine Kampagne gegen Korruption gemacht hat, bei der natürlich auch viele Leute, die tatsächlich korrupt waren, dann auch bestraft worden sind. Also er hat das natürlich auch gemacht, weil er da auch eine Gefahr für die kommunistische Partei sieht. Weil die kommunistische Partei bezieht ja ihre Legitimation daraus, dass sie halt vorgeblich die Partei der kleinen Leute ist, der Arbeiter, der Bauern. Und in den letzten Jahrzehnten wurde die Partei, bei allen positiven wirtschaftlichen Entwicklungen, die China hatte, aber die Partei erschien mehr und mehr als eine Partei der Privilegierten, irgendwelcher korrupte Funktionäre, die sich teure Villen gebaut haben. So, da kann man, und das beschreiben wir auch, dass man das Xi Jinping durchaus abnehmen kann, dass er, weil er ein überzeugter Kommunist ist und weil er die Herrschaft der Partei in Gefahr sieht, da auch aus dem Grund diese Antikorruptionskampagne gemacht hat, wie er übrigens auch aus dem Grund, auch dazu haben wir ein Kapitel im Buch, auch einiges macht, um die Umwelt zu schützen. Weil auch da sieht er eine Gefahr für die Partei, dass natürlich, ich habe in Peking noch Zeiten erlebt, da wussten unsere Kinder überhaupt nicht, was Sterne sind, weil man überhaupt nie irgendwelche Sterne gesehen hat. So, das hat er schon erkannt, dass da auch die Herrschaft der Partei gefährdet ist, darum diese Antikorruptionskampagne, aber wie Stefan Aus schon beschrieben hat, natürlich auch ein hervorragendes Mittel, um tatsächliche oder auch potenzielle Rivalen auszuschalten, hat auch einfach ein Klima der Angst auch zu verbreiten, weil er beseitigt ja nicht die Ursache der Korruption. Die Ursache der Korruption ist ja die unbeschränkte Macht von Funktionären. Die beseitigt er ja nicht und er schaltet einzelne Leute aus. Dennoch, glaube ich, darf man eines nicht unterschätzen, gerade im Vergleich mit Russland, dass der Staatsapparat ziemlich kompetent ist und dass sie bestimmte Entscheidungen, Richtungsentscheidungen, wie sie sich wirtschaftlich entwickeln wollen, was sie machen wollen, also mit höchster wissenschaftlicher Genauigkeit und wirklich sehr kompetenten Leuten gemacht haben. Sie haben ja am Anfang sehr viel, also ich bin häufig in Singapur gewesen, habe da auch mit dem Gründer und Staatschef, glaube ich, sogar ein oder zwei Interviews gemacht. Die haben sich ja Singapur sehr genau angeguckt und haben überlegt, was können wir davon kopieren, was können wir übernehmen. Sie haben sich überlegt, was weiß ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich habe sie irgendwie so im Hinterkopf, dass mir mal jemand erzählt hat, wieso sieht man in den Großstädten in China keine Mopeds? Keine. Keine Mopeds. Damals. Und wenn man in Bangkok und in den anderen Großstädten Asiens gewesen ist, die Städte waren voll von Mopeds. Und weil die gesagt haben, wir gucken uns das mal an, haben gesagt, das führen wir hier nicht ein, das machen wir nicht. Die haben also wirklich sehr systematisch geplant, was sie machen wollten, aber das ist eben in den letzten Jahren sozusagen dem Machtkolkul ein bisschen zum Opfer gefallen. Vielen Dank. Was möchten Sie noch wissen? Vielleicht mal jemand hier auf der Seite. Hier vorne, der Herr. Meine Frage geht etwas weg vom Biografischen. Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf. Kann man was sagen über Bedürfnisse der Bevölkerung? Hört sich jetzt komisch an. Welche Gruppen gibt es? Wo liegen Interessenschwerpunkte? Stadt-Land-Unterschied? Das ist schon mal gefallen. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ich glaube, ein Machtsystem hält sich vor allen Dingen dann an der Macht, wenn ein großer Teil der Bevölkerung tatsächlich Vorteile davon hat. Wenn sie erkennen, dass sie Vorteile davon haben. Und da macht sich nicht jeder Gedanken darüber, ob das nur richtig ist, dass man jedes Bild, jedes Foto von jemandem mit einer elektronischen Kamera identifizieren kann und so den Staat unter Kontrolle bringt. Ich glaube, sehr viele beurteilen einfach die Akzeptanz ihrer eigenen Person gegenüber diesem Staatsapparat danach, ob sie Vorteile davon haben. Und zwar nicht nur individuell, sondern auch, was die Nachbarschaft anbetrifft, was die Städte anbetrifft und dergleichen mehr. Und da darf man nicht unterschätzen, dass sich dieses Land eben in den letzten Jahren aus der Sicht von einem großen Teil der Bevölkerung und zwar objektiv gesehen sehr positiv entwickelt hat. Das funktioniert. und es hungern nicht mehr so viele Leute, wie früher gehungert haben. Und sie haben Jobs und sie haben auch Wohnungen und alles Mögliche. Das heißt, es hat sich sehr viel dort positiv entwickelt. Und zwar nicht nur für eine Gruppe von Oligarchen. Und ich glaube, dass ein solches System dann auch seine Machtinteressen durchsetzen kann, wenn es das Gefühl hat, wir werden unterm Strich von einem Großteil der Bevölkerung tatsächlich unterstützt und gebilligt, weil sie sehen, dass die Entwicklung in den letzten Jahren besser gewesen ist, positiver gewesen ist, dass die Leute mehr Geld verdient haben als vorher, dass sie in Urlaub fahren konnten oder sonst was. Und gleichzeitig ist es eben dann auch so, wenn das aufgrund der Gewalt- und Allmachtsfantasien von Leuten an der Spitze dann auf irgendeine Weise in eine Krisensituation gemanagt wird, dann kann es auch sein, dass die Bevölkerung ihnen irgendwie erst einmal politisch und ideologisch abhanden kommt. Und dann, wir haben ja jetzt gesehen, das hat Adrian mir gerade vorhin gezeigt, erstaunlich, gab es eine größere Demonstration gegen die Corona-Politik. Also, mit denen kann man auch nicht alles machen. Also, ich meine, es war ja so, also diese Reformpolitik ab 78 hat ja dazu geführt, dass ein paar weniger Leute sehr reich geworden sind. Also, die haben natürlich am meisten davon profitiert, dass aber eigentlich fast alle in China ein bisschen wohlhabender geworden sind. Und zwar dann an zweiter Stelle, sagen wir mal, die Leute in den großen Städten, die halt dann vielleicht nicht alle Millionäre sind, aber die halt dann auch irgendwelches Business machen, wo sie von der Entwicklung des Landes profitiert haben. Und an dritter Stelle die Landbevölkerung, die nach wie vor am ärmsten ist, aber die natürlich auch davon profitiert haben, weil viele Familienmitglieder als Wanderarbeiter in die Städte gegangen sind. Wenn man von Wanderarbeitern spricht, dann erfährt man das bei uns in den Medien meistens so, ach, diese armen Wanderarbeiter, die schlecht behandelt werden. Aber aus Sicht der Wanderarbeiter, die sind ja nicht Wanderarbeiter, weil sie dazu gezwungen werden, sondern weil sie in der Stadt vielfach mehr verdienen, als sie auf dem Land verdienen. Und dann gerade in China, wo die Menschen sehr fleißig sind, auch sehr familienorientiert sind, das heißt, die schicken dann das Geld aufs Land zu ihren Familien, die machen dann dort ein kleines Business, ein Restaurant oder irgendwas. Und so ist es in den letzten Jahrzehnten, für alle eigentlich deutlich besser geworden. Für manche vielfach besser, für andere ein bisschen besser. Und es hat sich dann auch politisch irgendwie so eine Art, man nennt das oft so ein Deal entwickelt, das ist natürlich kein offizieller, vereinbarter Deal, aber so, dass die Leute sich eigentlich aus der Politik rausgehalten haben. Das war vor ein paar Jahren, das würde heute keiner mehr sagen öffentlich, aber vor ein paar Jahren, wenn wir da die Leute interviewt haben, haben die gesagt, ach, Kommunismus, das interessiert ja keinen mehr, das ist ja eigentlich egal, wir interessieren uns, dass es uns wirtschaftlich gut geht. Das heißt, dieser Deal sozusagen war, die Leute lassen die kommunistische Partei regieren und die kommunistische Partei sorgt dafür, dass es den Leuten jedes Jahr ein bisschen besser geht. So, und das Neue jetzt mit Xi Jinping ist, dass er nicht glaubt, dass das auf Dauer aufgehen wird, weil er denkt, dass es irgendwann mal auch in China Wirtschaftskrisen geben wird oder man sieht es ja jetzt auch mit Corona oder mit dem, was jetzt in Shanghai passiert ist. Und weil er die Abhängigkeit vom westlichen Handel reduzieren will. Ja. Und so, und darum denkt eben Xi Jinping jetzt, nee, darauf allein kann er sich nicht verlassen, dass es wirtschaftlich immer irgendwie ein bisschen besser geht und die Leute dann auch ruhig halten. Natürlich auch, das ist auch ein wichtiger Punkt für Xi Jinping. Es ist natürlich auch so, es geht zwar allen Leuten in China ein bisschen besser, aber mittlerweile sehen die Leute natürlich auch so die Ungerechtigkeit, die sagen, okay, mir geht es ein bisschen besser, aber warum geht es dem hier so viel mehr besser und vor allem, warum geht es den korrupten Parteikadern so gut. Und deswegen ist durchaus auch ein Teil von Xi Jinpings Politik, kann man sagen, mehr Sozialismus oder mehr Sozialpolitik, also mehr als seine Vorgänger, möchte er eben nicht nur für Checkmar oder irgendwelche Internet-Millionäre da sein, sondern schränkt deren Macht ein und auch deren wirtschaftliche Möglichkeiten ein, um eben so auch die ärmere Landbevölkerung oder ärmere Arbeiter, deren Schicksal zu verbessern. Aber vor allem glaubt er, wirtschaftlich allein reicht nicht aus, er braucht auch totale Kontrolle, ideologisch, über Geheimdienst, digital und so weiter. Natürlich, weil sie an jeder Stelle und das ist auch wieder wie in Russland, die Angst haben, wenn sie irgendetwas durchlassen, wenn es Demonstrationen gibt, wenn es Parteien gibt, wenn es Gruppierungen gibt, dann steht die Macht insgesamt und damit auch der Zusammenhalt des Landes auf dem Spiel. Das ist ja das, über was sie auch viel reden, redet ja auch Putin darüber. Sie werden das Land nur zusammenhalten können, wenn sie eine Kontrolle über die Bevölkerung ausüben, sonst bricht ihnen die ganze Firma auseinander. Und darum haben sie auch so eine große Angst. Sie wollen ja, dass es nur eine Organisation gibt, die was organisieren darf, die Kommunistische Partei. Es ist ja alles Unterführung der Kommunistischen Partei. An jeder Universität gibt es die Kommunistische Partei, in jedem Betrieb gibt es die Kommunistische Partei und die stehen immer über den staatlichen Einrichtungen. Und deswegen haben die Angst vor allem anderen. Ein Beispiel, dass man hier viel sieht, man hat ja hier in den Großstädten manchmal für diese Sekte Falun Gong, ich habe jetzt auch keine Sympathien für die, aber die werden ja deswegen verfolgt, vor allem, die waren ja ursprünglich, haben die ja irgendwelche Tai Chi oder so irgendwelche Übungen gemacht, hat keinen interessiert, bis die Partei plötzlich Angst bekam, sagte, oh, das sind ja andere, die haben plötzlich auch die Macht, eine Organisationsstruktur außerhalb der Partei. zu organisieren. Und das geht so nach dem Motto, wäre den Anfängen. Zwei Beispiel, zwei Beispiel Lesben und Schwule. Es hat sich dann auch, also es gibt ja im Internet dann über WeChat, was bei uns WhatsApp ist, haben sie dann ja auch Gruppen entwickelt von Lesben und Schwulen. Zwar war erst auch überhaupt kein Problem, das hat jetzt, was die Sexualität oder dieses Thema angeht, das ist der Partei auch egal, aber sie hat dann erkannt, oh, das sind ja auch wiederum plötzlich Leute, die sich organisieren, das haben wir nicht mehr unter Kontrolle. Dann haben sie das verboten, dann hat sich MeToo entwickelt, haben sie auch erst zugelassen, weil die wollten durchaus das Problem beheben, aber dann haben sie gemerkt, oh, da entsteht ja eine richtige Bewegung. Dann haben sie das wieder verboten, also die haben Angst vor jeder Art von Bewegung, vor jeder Art von Organisation, die außerhalb der kommunistischen Partei ist. Und haben immer den Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums vor Augen. Ja, ja, klar. Vielen Dank. Da ist eine Wortmeldung. Da in der Mitte meldet sich ein Herr. Hier auch eine Dame. Genau, schauen Sie mit. Ja, hallo Herr Ost, ich spreche Sie mal direkt an. Sie haben vorhin in so einem Nebensatz fallen lassen, dass Sie glauben, dass Russland nicht unbedingt schwächer ist heute im Ukraine-Krieg wie im Vergleich zu Russland in der Kuba-Krise 1962, weil Russland China heute im Rücken hat. Wie stark denken Sie denn, ist die Rückendeckung, die China Russland derzeit gibt? Also Russland scheint ja momentan ziemlich, naja, macht ja einen unentschiedenen Eindruck, wie weit sie seinem strategischen Partner unter die Arme greift. Ich glaube, dass die Chinesen in einer Hinsicht vernünftig sind im Augenblick, dass sie die Enge mit Russland nicht übertreiben, weil sie wissen, wie wichtig ihre wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen sind. Ich glaube nicht, dass sie ohne weiteres riskieren wollen, dass es irgendwelche Sanktionen gibt, wie sie im Augenblick ja gegen Russland doch ziemlich manifest durchgeführt werden. Aber im Endeffekt glaube ich, dass sie sehr solidarisch zueinander stehen würden, weil sie nämlich eines brauchen. Sie brauchen für ihre wirtschaftliche Entwicklung, sie haben viele Dinge gelernt, sie brauchen nicht mehr jedes Know-how aus dem Westen zu importieren, weil sie es zum Teil auch wirklich haben. Aber das, was sie brauchen, ist Energie. Und es gibt ein einziges Land, das über einen so großen Energievorrat verfügt, und das ist Russland. Also ich bin vor drei oder vier Jahren eingeladen, von dem Chef des Nationalen Sicherheitsrates von Putin zur Arktis-Konferenz. Da sind wir von Petersburg aus, St. Petersburg aus, mit dem Schiff raufgefahren in diesen finnischen Meerbusen. Und da waren Vertreter aller Arktis-Anrainerstaaten vorhanden, Kanadier, Norweger, was weiß ich alles. Und da wurde sehr viel über Klima geredet. Und zwar nicht so wie bei uns über Klima, Weltuntergang, Apokalypse geredet, sondern es wurde darüber geredet, naja, die Nordostroute, Nordostpassage, die ist im Augenblick, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, die ist irgendwie drei Wochen im Jahr richtig passierbar. Aber wir können davon ausgehen, wenn die Erwärmung ein Stück weiter geht, dann ist sie sechs Wochen im Jahr passierbar. Und wir sind jetzt schon dabei, die Liquid Gas Terminals in Murmans zu bauen, damit die Schiffe mit dem russischen Liquid Gas über die Nordostpassage nach China gebracht werden können. Das heißt, über die Frage des Exportes von russischem Gas und russischem Öl ist die ganze Zeit auch da schon geredet worden. Und ich glaube, dass Putin relativ cool umgeht mit der Frage, kriegt jetzt der Westen noch das Gas oder nicht? Oder wollen die das nicht mehr haben? Oder sollen wir das abschalten? Das wird wahrscheinlich sowieso demnächst passieren. Weil sie genau wissen, es gibt Abnehmer, die auch nicht viel weniger zahlen. Und den Chinesen kann es ziemlich egal sein, ob wir noch 55 Prozent unseres Erdgas aus Russland kriegen oder nicht, oder dass es abgeschaltet wird, dann wird das billiger. Das heißt, das sind geschäftliche Interessen, die da zusammenstehen. Und auf eine wirklich schreckliche Weise passt das ziemlich gut zusammen. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass die Chinesen doch ziemlich dicht an der Seite der Russen bleiben, was diesen Ukraine-Konflikt und diesen Krieg anbetrifft. Sie wären auf der anderen Seite die einzigen, die das relativ schnell zu irgendeinem Verhandlungsergebnis bringen könnten. Ich wüsste nicht, welches Land sonst in der Lage wäre, mit beiden Seiten so ernsthafte Worte zu reden, um das irgendwann mal zu beenden. Denn dass das mit irgendeiner Art von Kompromiss zu Ende gehen muss, ist ja zumindest zu hoffen. Und das macht ja China ganz offenkundig zumindest bisher nicht. Ob sie das wirklich tun, das weiß ich auch nicht. Und ich meine, zwei Hinweise darauf, dass China nicht wirklich neutral ist in diesem Krieg. Das eine ist, ich meine, wenige Wochen bevor Putin diesen Krieg angefangen hat, war er ja in Peking bei Xi Jinping zur Öffnung der Olympischen Spiele. Aber da haben sie es ja nicht bei ein paar Höflichkeiten belassen, Xi Jinping und Putin, sondern sie haben eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der sie ihre gemeinsame Weltsicht dargestellt haben, wo sie gemeinsam gefordert haben, eine neue Weltordnung, die nicht mehr von den USA dominiert wird, wo sie gemeinsam die Argumente Russlands übernommen haben. Das Ganze wäre irgendwie nur gegen die NATO-Osterweiterung gerichtet. Und wo sie gemeinsam gesagt haben, und natürlich ist Taiwan ein untrennbarer Bestandteil von China. Also das war ja, diese gemeinsame Erklärung war ein richtiger Pakt, wo sie gesagt haben, sie gemeinsam wollen die derzeitige Weltordnung verändern. Nun kann man sagen, ja, es ist ja gut, dass irgendwie nicht mehr die USA alleine alles dominieren. Aber es ist halt auch, für sie gehört halt auch dazu eine Weltordnung, die nicht von unseren Vorstellungen von Freiheit und Demokratie bestimmt ist. So, das ist die große gemeinsame Erklärung oder dieser gemeinsame Pakt. Ein anderes Beispiel, wo man sehen kann, dass China auf der Seite Russlands steht, ist, wenn man sich anschaut, was in China, also im Land, über diesen Krieg berichtet wird. Und da darf man sich nicht täuschen lassen durch CGTN, diesen Auslandssender. Ja klar, der wird hier auf Englisch übertragen, da wird das noch relativ neutral dargestellt. Aber im chinesischen Staatsfernsehen werden alle Argumente der Russen übernommen. Und ganz interessant ist es, wenn man sich das chinesische Internet anschaut, da gibt es ja zum Beispiel chinesische Blogger, Chinesen, die in der Ukraine leben und die nichts weitermachen oder machen wollten, als einfach zu berichten, was da passiert, über die Bomben, die fallen und so weiter. Kein Wort gegen die chinesische Regierung oder irgendwas. Wurden alle gesperrt im chinesischen Internet. Gleichzeitig Leute, die irgendwelche Sachen posten, na Putin, das ist ja ein toller Kerl, endlich mal einer, der es den Amerikanern richtig gibt. Sowas bleibt stehen. Und das ist interessant, weil diese Internetzensoren in China, die entscheiden ja nicht nach persönlichem Gutdünken, was sie stehen lassen oder nichts, sondern die haben klare Vorgaben, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Also die Entwicklung könnte in der Tat so weit gehen, dass wir auf eine Spaltung der Welt zulaufen, gegen die der Kalte Krieg nichts ist. Sie üben ja in Ihrem Buch auch Kritik an westlichen Demokratien. Ich habe gerade das Zitat nicht gerade, oder Kritik ist vielleicht der falsche Begriff. Ich suche das mal gerade raus. Nicht an der Demokratie, sondern daran, dass nichts mehr funktioniert. Ja, Sie sagen, Sie stehen vor dem Ausmehr. Darüber haben wir schon bei dem anderen Buch lange und häufig geredet. Dass einfach die Stärke, die der West mal hatte, die bestand ja nicht nur aus der Demokratie, sondern die bestand auch darin, dass das Land funktioniert hat. Dass die Züge einigermaßen pünktlich gewesen sind und dass das Land insgesamt funktioniert. Und man hat, wir haben eine ganze Titelgeschichte über der Welt am Sonntag darüber gemacht, unter der Überschrift, nichts funktioniert. Ich könnte Ihnen jetzt einen abendfüllenden Vortrag halten darüber, was alles nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn wir gegenüber diesen Entwicklungen und mit diesen Entwicklungen Stand halten wollen und in der Welt wirklich vorne bleiben wollen, wirtschaftlich und damit auch politisch und damit natürlich auch mit unseren Wertvorstellungen, dann müssen wir uns sehr anstrengen, dass manche Sachen schneller gehen und dass sie besser funktionieren. Das glaube ich in der Tat. Höhere Effizienz kann helfen. Okay. Und wie optimistisch sind Sie? Wie optimistisch sind Sie? Ich bin da nicht sehr optimistisch, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil ich glaube, oder man kann auch sagen, so schrecklich die Entwicklung im Augenblick ist, sie bringt uns insgesamt so ein bisschen mehr auf den Boden der Realität zurück. Also mir ist vorher mal eingefallen, ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege, in dem berühmten Gedicht Deutschland ein Wintermärchen von Heinrich Heine kommt in einer Passage, die weiter hinten steht, vor. Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten, wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Und da habe ich manchmal den Eindruck, es ist immer noch der Fall, dass das Luftreich des Traums für viele, gerade für Politiker, eine ganz große Rolle spielt. Hier ist eine Dame, hat sich länger gemeldet. Ich habe gelesen, dass die Geburtenrate in China sehr niedrig ist. Wie schätzen Sie das ein, was das für einen Effekt hat und ob das eine Gefahr ist für das System? Ja, eine interessante Frage, weil das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass es eben nicht so ist, wie auch manche hier glauben, gerade auch viele Unternehmen glauben, die in China investieren, naja, die machen ja alles so toll, langfristig geplant. Klar, die planen vieles langfristig, haben wir auch gesagt, schreiben wir auch, aber manches funktioniert dann eben doch nicht so, wie sie es sich am Schreibtisch denken. Und da ist die Ein-Kind-Politik ein hervorragendes Beispiel dafür. Also China bekommt ja jetzt das Problem, das wir auch haben, aber halt bei 1,4 Milliarden Menschen noch in ganz anderen Dimensionen eine zunehmende Überalterung der Bevölkerung. und das ist ein selbstkonstruiertes Problem, weil sie halt diese Ein-Kind-Politik hatten, die sie ja zu Anfang mit äußerster Brutalität durchgesetzt haben. Die haben ja Schwangerschaftstests gemacht in den Betrieben, haben Frauen gezwungen abzutreiben. In den letzten Jahren war das dann nicht mehr so harsch, dann wurden nur noch irgendwie Strafzahlungen verhängt, dann wurden Lockerungen gemacht, also es war schon immer so, dass auf dem Land durften die zwei Kinder haben. wenn das erste Kind ein Mädchen war, was natürlich auch komisch war, weil es hat dann dazu geführt, dass es nur noch Jungs geboren wurden und zu wenige Mädchen, also es gibt nicht nur zu wenige junge Leute, es gibt mittlerweile auch zu wenige Frauen. So, und das war, weil sie halt so lange diese Ein-Kind-Politik durchgesetzt haben. Jetzt haben sie erkannt, dass sie damit ein Problem haben. Jetzt wollen sie das Umgekehrte, jetzt wollen sie erreichen, dass jede Familie drei Kinder hat. So, aber mittlerweile ist natürlich das Leben weitergegangen, gerade in den Städten und die jungen Frauen dort, die wollen arbeiten, die wollen nicht unbedingt nur, weil Xi Jinping das jetzt möchte, drei Kinder haben. Und das ist, da gibt es fast so, das wird hier noch nicht so beachtet, aber fast so wie bei Corona, gibt es da auch staatliche Kampagnen, die versuchen, das zu ändern. Und da geht es dann auch wieder in das Privatleben rein. Also dieser Kampf gegen Lesben und Schwule ist auch zum Teil deshalb, weil sie sagen, naja, wir wollen ja hier Familien haben aus Männern und Frauen, die dann möglichst viele, oder möglichst diese drei Kinder gebären. oder es gibt zum Beispiel eine Kampagne in China, weil es hat sich, also bisher war es ja so, dass die Leute natürlich sehr ehrgeizig und wollen reich werden, aber mittlerweile ist natürlich in den Städten so ein Grundwohlstand erreicht und gibt es viele jüngere Leute, die sagen, nee, ich möchte, so wie bei uns die Hippies früher, ich möchte auch einfach nur irgendwie entspannt sein und das Leben genießen und möchte dann nicht Leistungsgesellschaft und so etwas. Und das sieht die kommunistische Partei jetzt als eine große Gefahr, weil die wollen ja Leute haben, die ehrgeizig sind und dann die drei Kinder gebären und so weiter und so weiter. Aber das Gute darin ist eben, dass auch autoritäre Systeme nicht alles anordnen können und nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Manchmal muss man das auch irgendwie laufen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wer als erstes dran war, aber ich zeige mal dort in die fünfte Reihe, glaube ich. Ja, guten Abend. Mich würde mal interessieren, wie groß der Einfluss Chinas in Afrika ist. Ich weiß, dass das eine große Rolle spielt in Russland auch und ist das vergleichbar? Also wir haben mal einen Mehrteiler gemacht über Öl und Gas für das ZDF und da hast du, glaube ich, gedreht, nicht? In Angola. In Angola, nicht? Und das ist ein sehr schönes Beispiel davon, wie die das gemacht haben. Erzähl doch mal, also wie die da die Straßen gebaut haben. Also total irre. Und das ist nur ein kleines Beispiel dafür. Nein, China ist sehr erfolgreich in Afrika. Also was sie machen, wir haben es damals in Angola verfolgt, aber sie machen das in allen afrikanischen Ländern, dass die Hunderttausende von chinesischen Arbeitern hinschicken, die natürlich aus ihrem eigenen Land große Erfahrungen haben, eben sehr schnell Häuser, Straßen und so weiter zu bauen. zu bauen. Dadurch, was erst mal auch positiv ist, diesen afrikanischen Ländern helfen die Infrastruktur zu entwickeln. Und sichern sich dafür für zehn Jahre das Öl. Aber dafür kriegen sie natürlich die Rohstoffe dann, Öl vor allem. Länder rein. Und erreichen natürlich auch starken politischen Einfluss, weil es natürlich aus Sicht der afrikanischen Länder, vor allem der afrikanischen Regierungen, ist, die sagen, naja, die Deutschen, die kommen, hinbauen mal irgendwie einen Fahrradweg oder so und die Chinesen, die bauen uns die ganze Infrastruktur und die Flughäfen und die Häuser und alles. Und das ist auch etwas, was der Westen völlig verschlafen hat und Afrika ist heute auf der Seite Chinas. Namibia, kommt man nach Windhoek, sind riesengroße Bauvorhaben, die von chinesischen Firmen gebaut werden. Dadurch haben die Leute dort nicht so richtig Arbeit, aber die Regierung kriegt den Deal irgendwie hin, dass die Chinesen Indienhäuser dahin bauen und sich dafür bestimmte Rohstoffe sichern. Also da sind die ziemlich weit vorn. Also muss man wirklich sagen und das ist auch eine wirklich durch, ich kann das sozusagen nachvollziehen, das macht von denen aus durchaus Sinn, aber wenn man das aus unserer Sicht betrachtet, da kann man sehen, da liegen wir weit zurück. Und wir haben im Buch natürlich auch ein Kapitel über das Projekt Neue Seitenstraße oder Belt and Road Initiative von Xi Jinping und da geht es ja nicht nur um Afrika, sondern eigentlich sagt er ja auf dem Gebiet der früheren historischen Seitenstraße, aber da rechnen da mittlerweile sogar Lateinamerika dazu, also eigentlich, dass er weltweit und vor allem in ärmeren Ländern da riesige Infrastrukturprojekte anstößt, dadurch die Länder auf der einen Seite für sich gewinnt, auf der anderen Seite aber auch wirtschaftlich abhängig macht, also die verschulden sich dabei auch stark bei China und aber es ist eigentlich wie der Marshallsplan früher, nur viel größer. Wenn die Amerikaner das in den 60er und 70er Jahren gemacht haben, hat man gesagt, amerikanischer Kolonialismus und Imperialismus, aber das war im Prinzip auch nicht so viel anders. Naja, aber sie machen es eben erfolgreich und sie haben eben einen Plan, der Westen hat keinen Plan, die haben einen Plan und also bei es geht um eine Billion, Billion Dollar bei diesem Seitenstraßenprojekt und der Einfluss geht ja bis nach Europa, die haben ja die ganzen Häfen in Griechenland zum Beispiel gehören den Chinesen, was dann Griechenland auch schwer macht in der EU, wenn es darum geht, soll man irgendwie sich von China mehr distanzieren oder so, dann stimmen die Griechen normalerweise dagegen, die Ungarn auch, weil sie sehr stark von China abhängig sind. Also das ist wirklich das, weshalb sich die Welt so verändert hat, weshalb wir sagen, Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, dass, ich meine, früher war der, war die Sowjetunion, auf der anderen Seite und die Sowjetunion war, wie Helmut Schmidt damals sagte, Oberwolter mit Atomraketen, war zwar militärisch stark, aber wirtschaftlich schwach und jetzt gibt es ein System, das unsere Freiheitsvorstellungen ablehnt, das aber wirtschaftlich in vielen mit uns gleich ist oder in anderen manchen Bereichen sogar überlegen, zumindest überlegen in dem, wie sie ihre wirtschaftliche Macht nutzen für ihre Ziele. Gut, nehmen wir doch mal wieder jemanden aus der Mitte hinten, da gibt es zwei erhobene Arme, sehe ich. Wir haben ja jetzt schon einiges über Putin gehört und ich mache die Frage ganz einfach, ist der mächtigste Mann der Welt, der Chinese, Xi Jinping, ähnlich strukturiert vielleicht wie Putin, also unberechenbar, bricht ein Krieg vom Zaun, von dem er glaubt, dass er den in drei Tagen gewonnen hat, muss sich der Westen darauf einstellen, die NATO, muss sich Deutschland etwas zurückziehen aus den wirtschaftlichen Verflechtungen mit China? Es könnte uns passieren, dass wir sozusagen aus Versehen zurückgezogen werden, indem sich die Welt, also wie wir vorhin schon angedeutet haben, ein Stück weiter spaltet, je nachdem, wie weit die Konflikte zunehmen. Wir können das ja sehen, Putin hat offenbar nicht wirklich damit gerechnet, dass der Westen so darauf reagiert, auf diesen Einmarsch und in die Ukraine, dass wir sogar bereit sind zu riskieren, dass wir im Winter frieren, wenn wir nicht mehr genügend Gas bekommen. Und wenn, nehmen wir mal an, China würde, was ich, man mag es ja gar nicht laut sagen, Taiwan versuchen würde zu erobern, dann hätten wir eine Wirtschaftskrise, die auch dazu führt, dass wir wahrscheinlich die wirtschaftlichen Beziehungen zu China weitgehend einstellen. Und dann haben wir also diese Teilung der Welt, die wir möglichst vermeiden sollten, denn unser gesamter Wohlstand und damit auch die Sicherheit des Landes, das hängt ja alles auch davon ab, wie es dem Land geht, wie wir wirtschaftlich sind. Ich sage immer, die Drohung, damit das russische Gas abzustellen, das ist so ein bisschen wie die Drohung mit dem Hungerstreik. Und deswegen, und deswegen sieht, glaube ich, Putin das relativ cool an, wenn die dann das Gas nicht mehr haben wollen, dann wollen sie es nicht mehr haben. Ich kann mich hier entsinnen, als der vor ein paar Jahren in Deutschland war, da gab es eine Pressekonferenz auch über die Energiefrage und da sagte er so locker dahin, naja, ich verstehe die Deutschen, ich verstehe euch Deutschen immer nicht so richtig, ihr wollt die Atomenergie nicht mehr, ihr wollt die Steinkohle nicht mehr und ihr wollt unser Öl nicht und unser Gas nicht, wollt ihr denn mit Holz heizen, aber das braucht ihr auch aus Sibirien, kann ich mich recht entsinnen daran. Und man darf ja eben eines nicht vergessen, wenn wir denen das Gas nicht mehr abnehmen, dann bleibt es erst mal in den Kavernen, da wo es ist und dann werden sie es meistbieten nachher verkaufen, entweder an die Chinesen oder an die Inder. Es sind nicht viele Länder, die dann aus moralischen Gründen sagen, wir kaufen von euch das Gas nicht mehr ab. Ich glaube, wir müssen zusehen, auch was über Russland mag man das ja im Augenblick gar nicht sagen, dass man sofort ein Putin-Versteher, wobei ich glaube, dass man Putin mehr verstehen sollte, um zu kapieren, was der tatsächlich im Schilde führt. Das ist ja manchmal durchaus sinnvoll, zu wissen, wie der tickt und wie seine Berater die politische Lage schildern. Das wird einem wirklich ganz mulmig, muss ich Ihnen wirklich sagen. Aber es wäre natürlich besser, wenn wir aus diesen Krisen herauskommen und weiter auf irgendeine Weise miteinander irgendwie existieren, denn auch Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden. Das darf man wirklich nicht unterschätzen und immer nur zu glauben und zu hoffen, dass der irgendwann mal abtritt oder abgelöst wird, es kann auch möglicherweise daneben gehen und wir kennen das aus historischen Phasen, wo Länder sich ziemlich übel benommen haben, dass man anschließend doch wieder mit ihnen geredet hat. Ich glaube, das wird da auch passieren und ich glaube nicht, dass wir ein großes Interesse daran haben können, dass der ganze Konflikt so eskaliert, dass wir nachher im Dritten Weltkrieg landen und auch das kann man nicht ausschließen. Aber zu Ihrer Frage, was wir tun sollten in Bezug auf China, also ich bin nicht dafür, dass wir mit China boykottieren, wir hatten auch vorher gesprochen, auch gerade was den Austausch der Hochschulen angeht, Kulturaustausch, das ist sogar wichtig, dass das weiter, dass es sogar mehr passiert. Was das Wirtschaftliche angeht, also in der heutigen Welt, das geht ja gar nicht, dass wir ohne China leben, aber ich denke, wir müssen uns schon überlegen, das haben wir am Anfang der Corona-Krise gesehen, es war ja nichts, was wir selbst hatten, Masken, alles, kam ja alles aus China und da muss man sich, denke ich, überlegen, weil man eben jetzt auch am Beispiel Russland sieht, dass es eben plötzlich sein kann, dass dann die andere Seite sagt, wir liefern jetzt nicht mehr oder dass die westliche Seite sagt, wir wollen das jetzt boykottieren oder so, also man muss, man kann nicht von einem Land so abhängig sein, wie wir derzeit von China abhängig sind. Das soll nicht bedeuten, dass man gar keinen Handel mit denen treiben soll, aber man muss halt ein bisschen diversifizieren. Es gibt ja auch Indien, weiß ich was, und es kann nicht sein, weder das alles, was wir hier haben, von der Kleidung bis zum Smartphone aus China kommen und es kann auch nicht sein, dass unsere Autoindustrie zum Beispiel zusammenbrechen würde, wenn sie China nicht als Partner hat, da müssen die halt auch schauen, wie sie sich irgendwie breiter aufstellen einfach. Auf jeden Fall darf man sich nicht von einzelnen Ländern in bestimmten Dingen auf eine Weise abhängig machen, wie wir uns durch die großen Mengen von russischem Erdgas abhängig gemacht haben. Das ist ein grober Fehler. Und das hat nicht nur was mit Russland zu tun, sondern ich glaube, man darf sich von einem Lieferanten oder von einem Kunden niemals so abhängig machen, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Vielen Dank. Ein Abend, an dem wir viel, nicht nur über China, auch viel über Russland gesprochen haben, wie zu erwarten ja auch. Wir sprechen jetzt schon eine Stunde 45. Ich habe das Gefühl, es ist schon so eine leichte Aufbruchstimmung. Es gibt noch so viele Fragen. Ich weiß nicht. Hier vorne ist nur ein Abend. Dann sagen wir, wir nehmen noch mal eine Frage mit rein und dann vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, auch noch inoffiziell ein bisschen weiter zu sprechen. Die Dame. Haben Sie eine Idee, wie sich das Schicksal der Uiguren entwickelt und warum die arabischen Länder so zuschauen? Über die Uiguren haben wir auch ein Kapitel in dem Buch. Also die Geschichte ist ja die, wenn man es jetzt verkürzt zusammenfasst. Im Prinzip ist das ja Xi Jinping's Krieg gegen den Terror. Also wie die USA ihren Krieg gegen den Terror hatten, indem sie Bomben auf den Irak geworfen haben und auf andere Länder so hat Xi Jinping, es gab ja tatsächlich Terroranschläge von Islamisten, uigurischen Islamisten und dann kam er auf diese völlig irre Idee, dass er konnte nicht sein eigenes Land bombardieren und dann kam er auf die Idee mit diesen Umerziehungslagern, wo also je nach Schätzung zwischen ein bis drei Millionen Menschen in Umerziehungslagern sind. Also wir beschreiben in diesem Buch auch, da gibt es ja auch unzählige Zeugen von Menschen, die in diesen Lagern waren, also wo Leute erstmal reinkommen in diese Lager völlig willkürlich, also weil sie ein Bad haben, weil sie kein Alkohol trinken oder irgendwie Verdachtsmomente, dass sie Muslime sind und dann ja vielleicht auch Islamisten sein könnten, kommen in diese Lager, werden dort, da gibt es sicherlich Unterschiede in den Lagern, vorgeführt werden, dann natürlich Lager, wo irgendwie, wo die nur Chinesisch lernen und Lieder singen, aber es gibt eben genug Belege dafür, dass da halt auch wirklich Leute gefoltert werden, Leute, Leute vergewaltigt werden und aber jetzt die Frage, warum die die arabischen Länder da so zurückhaltend sind, das ist eigentlich genau das, was wir diskutieren, eben diese Macht Chinas, weil diese arabischen Länder sind ja nicht daran interessiert, mit irgendwelchen armen Uiguren sich da Handel zu treiben, sondern die sind interessiert, mit China Handel zu treiben und ihr Öl oder was immer sie anbieten, an China zu verkaufen und die haben auch in ihren eigenen Ländern ähnliche autoritäre Strukturen, von daher ist es völlig richtig, wie Sie sagen, die Kritik kommt aus den westeuropäischen Ländern USA, die arabischen Länder, die islamisch geprägten Länder, die sagen gar nichts dagegen. Ja, aber deren politische Position sind ja auch gelegentlich gezielt und nicht nur von humanitären Gründen beeinflusst und was die chinesische Regierung in der Beziehung anbetrifft, das ist ein relativ simples Ding. So funktionieren diktatorische Systeme, die immer unter dem Gesichtspunkt während den Anfängen durchgreifen wollen und glauben, dass mit Erziehung und Erziehungsmaßnahmen alles erreichen kann und wie die dann in der Realität aussehen, kann man an dem Beispiel und an vielen anderen Beispielen sehen. Das ist ja das, was wir eigentlich für den Unterschied betrachtet haben zwischen einer Demokratie und einem Rechtsstaat und der Respektierung der Menschenwürde. Vielen Dank. Eine Frage noch. Arbeiten Sie schon an einer Überarbeitung sozusagen? Es ist ja tatsächlich sehr viel passiert. Wird es... Wir reden relativ häufig darüber. Eigentlich müssten wir jetzt schon wieder ein Kapitel dran fügen und wir haben jetzt für die letzte oder die neueste Ausgabe, die auf Englisch erscheinen soll, das ist schon soweit ein Stück aktualisiert. Aber man kann ja jetzt auch nicht so schnell, wie sich die Welt im Augenblick bewegt, alle vier Wochen irgendwie einen neuen Anhang machen. Wir machen dann Geschichten zu dem Thema und wenn denn irgendetwas sich für eine längere Zeit hält und wir der Meinung sind, dass es wirklich notwendig ist, das da mit nochmal ranzubauen, dann tun wir das auch. Und im Augenblick ist ja die Entwicklung so schnell und die Entwicklungen sind so rasant, wie wir uns das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gar nicht vorgestellt haben, muss man wirklich sagen. Vielen Dank für Ihre klugen Fragen, für Ihre Geduld, vielen Dank für die klugen Antworten natürlich, noch einmal vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen, auch wenn natürlich die Themen heute keine leichte Kost gewesen sind. Noch einmal der Hinweis auf den Büchertisch. Möchten Sie auch noch einmal kurz das Mikro ergreifen? Volker Epping. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Friedrich, für die kundige Führung. Aber wir haben auch viele Erkenntnisse erfahren. Wir danken, ich glaube, alle für Ihre Einschätzung, Erkenntnisse und Erfahrungen. Die haben uns oder mich zumindest bereichert. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich fand es auch gut, dass Sie am Ende quasi als Schlusswort gesagt haben, so eine Selbstbesinnung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde. Ich glaube, auch diese Veranstaltung ist gut daran, dass wir eine Selbstreflexion durchführen und die Werte, die wir im Staate haben, auch zu schätzen und zu pflegen wissen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ihnen auch vielen Dank. Tolle Poderation. Danke, danke. Danke, danke. Ciao.